hallo und herzlich willkommen liebe hörer innen da draußen so walls don't lie dritte staffel folge 42 meine fresse lieber jetzt jetzt hat mich der podcast alters technisch auf jeden fall eingeholt ein bisschen abstand zu mir ein bisschen nicht mehr viel aber die luft wird dünn eigentlich ist die 42 ja schon eine zahl wo ich sag schon geil also ist die antwort auf alles und auch der heutige gast der sendung hat auf jeden fall einige spannende antworten im gepäck du hast ihn dafür extra besucht im hohen norden denn wir haben killer master j in the house liebe freunde und freundinnen oh ja also der name ist auf jeden fall auch schon eine antwort auf einiges so und ganz kurz vielleicht muss man das jetzt ein bisschen erklären bevor unsere hörer innen jetzt denken auf fuck habe ich die falsche folge angeklickt what is happening wenn ihr das interview hört versteht ja natürlich wie es zu diesem namen kam aber ich glaube den meisten ist ja unter dem namen twig bekannt nicht zu verwechseln mit twig twig war ein cooles gespräch war tatsächlich ein sehr schönes ambiente in dem wir uns da auch getroffen haben wir waren ziemlich direkt am meer so haben blick aufs meer gehabt also es war ziemlich epic so muss ich ehrlich sagen und ja ich hoffe dass dir das gespräch gefallen hat ich weiß nicht was war dein erster eindruck ich fand's mega aber bevor wir jetzt hier schon ausbreiten was da gleich alles kommt würde ich sagen das sparen wir uns für unseren aftertalk auf und starten direkt dann sage ich mal get the party started jo mein lieber twig endlich hat es geklappt moin 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 so sagt man ja so sagt man hier ja wir sind tatsächlich auch im norden freut mich sehr dass wir die gelegenheit haben uns persönlich zu treffen es ist ich habe nachgeguckt auch glaube ich acht jahre her dass wir das letzte mal uns persönlich sehen konnten ja es war 2015 in bochum haben uns getroffen setzte mal und ja schon eine zeit her wieder ja wir müssen das für unsere hörerinnen und hörer ein bisschen konkretisieren also du warst bis 2015 rum warst du in der region sagen wir mal köln beheimatet und bist dann in den norden gezogen genau also ich war derzeit lebte ich noch in köln komme eigentlich aus der region 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 köln aachen also zwischen köln und aachen genau und habe mich 2015 entschieden in hohen norden zu ziehen was was war der grund beruflich beruflicher grund okay und weil weil du natürlich die die weite und das meer zu schätzen weiß genau also ich hatte schon immer immer familie hier oben wissen wir sind immer in urlaub gefahren hier oben deswegen war das auch nicht unbekannt für mich graffiti war auf jeden fall nicht der grund nein wobei man sagen muss in dieser region in der wir uns jetzt befinden gibt es ja traditionell schon viel graffiti dazu kommen wir auf jeden fall später noch ich würde gern ein bisschen zurückspulen in der biografie also du bist aufgewachsen in der region aachen köln und hast dann dort auch die ersten kontakte zu graffiti geknüpft oder sage ich mal die ersten inspirationen bekommen magst du uns vielleicht kurz mal zusammenfassen wie wie kam das eigentlich also wie bist du mit dem themenbereich writing in verbindung gekommen ja ich würde sagen das war ich habe mal so ein klassischer weg ich glaube es war so 98 99 ich hatte damals ein kumpel mit dem habe ich basketball gespielt und der mit dem habe ich viel viel unternommen auch privat wir waren auch nachher zusammen in der schule und er hat irgendwann angefangen hiphop musik zu hören also also rap musik also quer gemischt so quer querbeet irgendwie aber wir hatten tatsächlich den fokus auf west coast rap tatsächlich west side also es war so ein gemisch es war so ein gemisch aus da mal dieses nwa thema also es war es ging eigentlich mit musik an und dieses amerikanische irgendwie mit dem basketball in verbindung und ich weiß nicht mehr ich glaube in der schule also irgendwie alle er war war künstlerisch so ein bisschen unterwegs und irgendwie sind wir darauf gekommen da gibt es ja irgendwie so ein film beat street und da gibt es ja graffiti und was ist das eigentlich okay jetzt mussten wir trotzdem noch mal eine brücke schlagen war west coast rap habe ich jetzt so ein bild tupac dr dre und so das ist ja deutlich später beat street ist ja tatsächlich eher so 80s und die musik die da kommt ist jetzt auch nicht unbedingt west side also wo habt ihr den film dann gesehen ich lief der irgendwie im fernsehen oder das ist eine gute frage da bin ich mir gar nicht mehr so sicher wo wir das gesehen haben entweder haben wir das lief das im ztf ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr weißt du noch wann es war etwa also ich meine du meintest ja es war in der schulzeit du sagst es ja gerade auch mit dr re und ja diese west coast geschichte dass das nicht so richtig zusammenpasst von der zeit her ja ich habe ziemlich spät angefangen mit graffitti also eher so richtung 17 18 war ich damals also ich sag mal ein spät zünder vielleicht und ja wir haben diese dieses video und also beats ich weiß nicht mehr genau ob es dann so war dass wir dann direkt style wars gesehen haben und wildstyle das muss irgendwie da in einer suppe zusammengekommen sein ich kann das gar nicht mehr genau sagen lustigerweise ich könnte ja jetzt auch nicht mehr sagen wie das bei mir war ich weiß dass man das irgendwann mal so in einer kombo mitbekommen hat aber ich könnte auch nicht mehr sagen ob nicht dass es im fernsehen lief ich glaube irgendwie ich habe mir vhs kassetten irgendwie besorgt ich habe keine ahnung aber es spannend auf jeden fall weil jetzt kann man schon mal festhalten hip hop war für dich so ein anknüpfungspunkt an diese kultur richtig und auf die auf jeden fall deutlich verknüpfung musik also da war dann das thema wir haben alles gehört von fanta vier bis massiven töne freundeskreis wir sind so ein bisschen wir haben so ein bisschen jazz gehört damals und ja ich sag mal der bogen kam dann tatsächlich noch mal so zum zum also in der musikrichtung eher so in richtung ja korea mc renne strong die ganze dortmund er ecke die ganze musik ist ein deutsch rap quasi mit stieber twins und so weiter ich glaube da war das noch mal so in richtung graffiti irgendwie das passte dann eher zu graffiti irgendwie da war es da war das ja auch deutlich sichtbar ja also da hatte man bei den bei den platten covern schon writing gesehen oder in den videos oder so also da war das ja stärker verknüpft wenn ich mich jetzt zurückerinnere an diese 90er zeit viva mtv wenn man da jetzt ein dr dre video gesehen hat oder gab es denn da noch silo und lunis oder so das waren so diese typischen dinge an die ich mich zum beispiel gut erinnern kann aber da war ja das writing oder graffiti glaube ich nicht vorhanden in den videos oder irgendwie nicht okay interessant also das heißt irgendwie über dieses west coast thema in kombination mit zu einer portion beat street und dann im deutsch rap war plötzlich klar überhaupt ist cool und graffiti ist ein teil davon ja und und ich muss sagen graffiti haben uns wirklich dann in den sinn als ich habe in der schule wegspin magazin in die hand bekommen irgendwie hat sich das herumgesprochen dass wir da interesse haben und da gab es einen älteren kumpel der auch nachher mit uns ein bisschen was gemacht hat den ich heute auch noch kenne und der hat uns das magazin gezeigt backspin hamburg weißt du noch welche ausgabe grob was waren da auf dem cover laut finesse gibt es das ja ja sehr cool ich glaube die habe ich sogar noch die ausgabe die alte die ausgabe habe ich bestimmt noch mal sagst du gerade backspin backspin magazin war in erster linie ein hip hop medium also da wurden ja alle disziplinen dargestellt aber es gab auch einen großen raum für graffiti soll heißen es gab graffiti sonderseiten es gab porträts von writern war das dann schon eine quelle für dich so um um zu gucken was gibt es da so was was könnte mir vielleicht auch gefallen oder oder kam die inspiration dann doch von eher von mitschülern oder von von mentoren vor ort sag ich mal es kam nicht von mentoren also kein keiner der einem jetzt gesagt hat wie muss aber aufgebaut ist zum beispiel oder wie wie sich wie sich style auf entwickelt oder oder wie was die ersten steps sind tatsächlich war es einfach nur beobachten also ganz viel analysieren ganz viel aufsaugen gucken und dann gefühl entwickeln okay was gefällt dir was was willst du auch machen und ich habe sehr viel beobachtet sehr viel gesehen sehr viel waren diese beobachtungen eher auf auf so externe faktoren zu beziehen sowas wie jetzt eben magazine oder so oder bücher oder was man so im fernsehen sieht oder war es tatsächlich auch etwas was du in deiner umgebung im öffentlichen raum ich meine kleine aachen köln da gibt es natürlich auch eine gewisse graffiti legacy also richtig also da sprichst du guten punkt an also es ist natürlich nicht nur ob dich alles so aus einem magazin dass du dir da alles raus siehst großer einfluss hatte hundertprozentig die die bahnlinie zwischen köln und aachen ich habe so viel fotografiert ich bin hin und her gefahren mit der bahn habe rausgeguckt habe mir die bombings angeschaut habe immer wieder trains gesehen die dann halb geputzt wurden und paar sachen blieben dann noch stehen ich kann mich noch erinnern damals das waren jungs aus düsseldorf das waren glaube ich die blech piraten blech piraten ich glaube agate war das oder so die haben damals so so ja atomlandschaften also so nukleare endzeit szenarien gemalt mit mit richtig schwarz weiß charakter drauf und das war total geil also das war wirklich stand am bahnhof habe die züge mal rein aus wahnsinn und hast du noch fotos aus der zeit mit sicherheit ja wäre vielleicht ganz spannend wenn du vielleicht findest du ein foto dass wir mit in die gallery packen können damit wir so sehen was so die frühesten prägungen von dir waren ja gut da warst du schon ein bisschen prädestiniert in dem sinne dass du vor ort schon input hattest und zwar qualitativ sehr sehr hochwertig okay aber wie ging es dann weiter ich meine es muss ja dann irgendwann moment kommen wo du für dich beschließt das ist jetzt eben nicht nur etwas was mich inspiriert oder wo ich bock drauf habe sondern wo ich sage hands on jetzt jetzt geht es für mich auch los ich möchte da irgendwas draus machen möchte für mir vielleicht auch so ein alter ego zulegen ich möchte da jetzt wirklich richtig rein in das thema also wann ist es passiert ich denke mal das war auch 99 ja doch als es war dann so dass das wir oder ich mir dann einfach ganz viele verschiedene namen ausgedacht habe ich habe sehr viel gekritzelt viele text gemacht und ja mal mal versucht wie kann man denn irgendwie buchstaben cool verzerren oder ja mit einem schwung irgendwie verzieren und da kamen echt die wildesten sachen raus auch lustige namen das war irgendwie weiß nicht killer master j oder sowas oder irgendwie oder du hast mal so richtig lustige bescheuerte namen einfach genommen ja das war einfach so ein findungsweg da du probierst immer wieder so aus und irgendwann ja habe ich gedacht okay jetzt musst du dich auf irgendwas einschießen vielleicht und ja habe ich war früher würde wir haben früher viel unterwegs in der in der gruppe mit mit freundinnen und ja waren auf party und haben da gut gebechert an dem abend und dann bin ich tatsächlich mal aus mir aus mir herausgekommen und habe habe auf dem rückweg habe ich mir so eine liane genommen also was heißt liane das war so ein ein ast oder so es war so ein stock irgendwie und habe da irgendwie ein bisschen tamtam mitgemacht und tatsächlich in der schule habe ich ganz oft ins wörterbuch geschaut hier ins englisch wörterbuch und habe da einfach durchgebettert und geguckt okay was gibt es hier für einen namen und dann okay dann nimmst du mal den den stick also den stock oder so und es gab halt gibt den namen big mit g und ja dadurch ist es gekommen dass ich auch auf big gekommen bin und dann habe ich auch hier und da mal mit das habe ich das g ausprobiert am ende ziemlich kacke ziemlich schwierig hat hat nicht überlebtes g nee das g hat nicht überlegt und dann habe ich das k daraus gemacht und ja so ist der namen zwick entstanden okay also dieser dieser stock dieser zweig wurde dann so ein bisschen für dich zum synonym ja das war so so ich gebe den ton an irgendwie in der nacht war das so ich bin hier der ich gebe den ton an irgendwie ich meine das ist jetzt eine frage mal off topic aber wenn du jetzt rückblickst und du hast diesen namen jetzt wirklich durchgezogen ja man es gibt ja immer wieder merkt es ja bei anderen leuten dass sie mein name mal durchwechseln oder switchen bei dir ist es quasi eine konstante in deiner gesamten graffitikarriere das trick mal ist verbindest du damit auch wirklich was emotionales mit dem namen er klingt ja schon ziemlich cool twig und twig ich habe ihm ein twig mitgegeben pizza ist echt so ja also gehört zu meinem leben dazu also absolut der ist einfach da der geht auch nie wieder weg also glaube ich mal andere namen auch mal probiert oder andere buchstaben einfach mal für andere auch mal aber dass ich so richtig damit was verbinde es ist eher so dass ich also hängt so so ist so eher vielleicht buchstabenabhängig also das ist immer so steht für sich immer vielleicht so als b-boy charakter so ein bisschen und ich habe eigentlich mit jedem buchstaben irgendwie eine andere verbindung ich sag mal dass das das c da startet das ich sag mal star oder so ist ein bisschen kompakter vielleicht und dann geht das ins ins w mit dem i zusammen als als tanzende figuren vielleicht so ein bisschen und das k ist mein feind eigentlich also der letzte buchstaben ist immer mein feind gewesen um da den vernünftigen abschluss irgendwo zu finden stimmt also wenn man sich deine bilder anschaut dann sieht man auf jeden fall dass jeder buchstabe für sich so ein charakter irgendwie hat also teilweise sehr aggressiv teilweise sehr ausgleichend w ist ein bisschen so eine eine brücke oder kann man sagen das i ist so der funky man und das k ist schon auch aggro auf jeden fall wie das dann hinten rauskommt und da nochmal einen twig mit gibt ne einen schlag mit gibt oder so also finde ich sehr sehr spannend ich denke das ist auf jeden fall etwas was dich heute auszeichnet nur ich meine wenn wir jetzt nochmal zurück spulen also in diese zeit 2000 nuller jahre du hast ja wahrscheinlich sauviel zeit investiert damit sich deine buchstaben auch so entwickeln was ist denn da passiert auf dem weg also du hast in einem anderen interview mal gesagt es gab einen mentor gab jemanden der mit dir viel gemacht hat oder wo wo du ja kann man sagen vielleicht so ein team warst hat er dir auch style mäßig was mitgegeben also erzähl uns da ein bisschen was dazu genau es gab damals oder es gibt den kollegen immer noch habe aber weniger kontakt mit ihm zu jetziger zeit aber damals gab es deo das war eigentlich der erste der der mich so ja mitgenommen hat in die materia der hatte angefangen ich glaube 95 oder so 94 und der hatte wild styles drauf der hatte der hatte bubble letters drauf der konnte charakter malen der hat bombing buchstaben gemacht und es war jetzt nicht so dass dass er mir jetzt gesagt hat mach mal hier ein bisschen mehr an dem buchstaben mach mal da ein bisschen was dran baum an pfeil an sondern er hat einfach bock gehabt mitzumachen also der hat auch gesucht weil wir waren eher in der dörflichen region unterwegs und er hatte keinen so richtig er hat auch selber viel gemacht dort in der gegend aber brauchte irgendwie noch mal einen kontakt tatsächlich war so er hatte unter einer brücke hatte er ein bild gemalt und das hatte ich gesehen und bin dann mit dem edding ran und habe ihr habt gesagt hier reingeschrieben was denn das für eine scheiße irgendwie so und hat er gesehen und und ist dann auf die suche gegangen wir haben uns dann gefunden und und euch gekloppt ne überhaupt nicht weil er er war nicht böse er wollte einfach nur wissen wer es ist wer wer reagierte auf sein bild und ja so hat sich das entwickelt war eine sehr lange zeit weg begleiter wir haben natürlich nachher auch zusammen ja mit anderen kollegen quasi eine umgebildet und wir sind auf jams gefahren wir sind deutschland weit rum geturnt und es war jetzt nicht so wirklich er bringt mir irgendwas dabei dabei sondern sondern wir sind einfach auf tour gewesen wie würdest du den style in diesen ersten jahren beschreiben also wie sahen der aus ziemlich wild wenn ich so zurück blicke wenn ich jetzt mal mein altes blackbook aufmachen würde da waren wirklich ja weiß nicht zacken ohne ende also richtig viele zacken und hauptsache wild verzahnt ja sehr wild okay wenn du sagst sehr wild also wenn man wild malt ist ja ein balance akt ne so zwischen guter buchstabenstruktur und einfach nur wild ne ich glaube du hast es von anfang an schon relativ gut hinbekommen wenn ich mich erinnern kann ich glaube ich hatte dich doch mal 2007 auch für einen jam eingeladen da war es in ansbach richtig bei uns und ich bilde mir ein dass es da es war schon wild aber es hatte trotzdem schon so einen sehr kompakten gesamteindruck das hast du schon hast du schon früh finde ich gut hinbekommen muss ich sagen ja da sprichst aber ganz ehrlich wenn ich so rückblicke also alles was früher war war ja dann irgendwie also im jetzigen blick ja irgendwie uncool was man da so gemacht hat also ist so meine meinung ja es gab auch viele bilder die mir überhaupt nicht gefallen haben im nachhinein also ja kompakt war es immer ich würde es eher wurstig nennen teilweise also wurstig aber was meinst du mit kompakt sah jetzt nicht aus als ob man da als ob du so random irgendwie buchstaben zusammensetzt und da random irgendwelche zacken dran baust und das wirkte schon zusammenhängen ja okay das stimmt das hatte schon eine struktur und das war ja doch relativ in anführungszeichen früh noch ne also da hast ja davor schon so gemalt also was wohl anscheinend sehr viel talent gehabt in bezug auf die buchstaben entwicklung man muss sagen dass du auch eine sehr technische form des malens hast also für dich war ja immer sauberkeit und präzision darstellung war der nicht unwichtig ich meine ich kenne deine ersten bilder jetzt nicht aber das würde mich natürlich interessieren wie waren das für dich also dosen genommen wahrscheinlich nicht die geilsten dosen am anfang irgendwie mal drauf losgemalt warst du damit zufrieden wie war das da für dich so also grundsätzlich war es einfach total spannend überhaupt eine dose in die hand zu nehmen und da kommt farbe raus kannst damit was erschaffen kannst konturen hat es einfach damit malen du kannst irgendwie farbe auftragen das ist an sich war ja schon spannend habe ich erinnere ich habe mir damals aus dem aus dem auto zu überladen habe ich mir irgendwie eine total schlecht deckende farbe geholt und habe da meine ersten tags irgendwo unter der brücke gemacht das war schon sehr faszinierend überhaupt gut gut dass du es gerade ansprichst man muss ja noch mal differenzieren zwischen in der dose ich gehe raus und ich gehe taggen oder ich gehe raus und habe den anspruch ein piece zu malen was dann geil aussieht also das war für mich muss ich ganz ehrlich sagen am anfang war der totale terror in meinem kopf wie kriege ich die vision vom blatt weil skizzen zum beispiel ja da kannst du ja selbst als ich sag mal anfänger oder als anfängerin schon ziemlich gas geben aber das ganze dann auf eine wand zu bringen und dann vor allem die präzision auf die wand zu bringen mit dose ist nicht so einfach ja auch ich glaube heute auch noch nicht so einfach selbst wenn es die geilsten dosen geilsten caps gibt aber wie war es für dich also konntest du deinem anspruch genügen am anfang ich wusste ja noch gar nicht was ich mit anspruch habe ich habe gesehen was was die leute so gemacht haben damals aber ich muss sagen wenn ich jetzt wirklich zurückdenke war es sehr frustrierend tatsächlich das war super frustrierend ich habe ein blaues bild gemalt mit mit weißen outlines und es war total wässrig irgendwie und es war extrem schwierig muss ich sagen aber es hat mich nicht davon abgehalten ich habe tatsächlich aus der backspin bild mal abgemalt ja hellchentage an der bushaltestelle schön mit kreide vorgezeichnet all right also dunkel wurde hier hatte ich eine dose chrom und eine blau und habe nachgezeichnet da war natürlich sehr viel aufruhr jetzt musst du uns natürlich verraten welches bild es war was hast du da was hast du denn da kopiert tatsächlich habe ich das vor ich glaube drei wochen bei eiser bei instagram gesehen nebenbei bei einem fotografen aus aus hamburg vom tester das war ein bild von risk aus hamburg all right so was macht man auch echt nur am anfang ja auf jeden fall danach auch nie wieder es war für das gefühl einfach mal interessant das klingt auf jeden fall schrill aber man du hast es nicht weil ich willkürlich gewählt wahrscheinlich also das bild muss ja irgendwas gehabt haben was für dich ein gefühl transportiert es war tatsächlich simpel es war ein simples bild irgendwie klare buchstaben und das war überhaupt nicht einfach so klare buchstaben zu malen ja cool das ist ja das ist ja oft auch so dass du einfache buchstaben ist es schwieriger zu malen als ich sag mal einen langen schwung zu ziehen über den übergang zu zu machen vom einen zum anderen buchstaben das war für mich auch wirklich schwierig damals einfache buchstaben zu malen die einfach dastehen also können wir dann festhalten dass der so simple styles einfache buchstaben blockige lettern wichtig waren am anfang richtig ja und trotzdem waren sie wild dann irgendwann irgendwann schon ja es war immer immer eine abwechslung drin also mit mit deo zum beispiel war ich auch dann auch gerne mal unterwegs ja das will ich jetzt nicht so weit aus weil so ausweiten aber es war schon dass wir mal bombings also klare buchstaben chromdinger gemalt haben und ja an der hall quasi ja aufwändigere themen gemacht haben mein diese diese zwei herzen schlagen ja heute auch noch in deiner brust oder sieht man ja dass du zwischen total verrückten wild styles und dann mal bubbles und dann mal ein blocky dass du da relativ hin und her switcht ja es hört irgendwie nicht auf also es macht immer wieder spaß nichtsdestotrotz ich würde mich jetzt mal aus dem fenster lehnen und behaupten dass du schon am meisten bekannt dafür bist dass du eben diese wild style dinge mal ist oder semi wild style weiß nicht wie würdest du selber drüber sprechen habe ich mich auch schon oft gefragt was das ist aber 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 schon lesbar und ja es soll schon lesbar sein irgendwo soll nicht zu verschachtelt sein was würde der otto normal verbraucher hin lesen mal getestet ja oft wird twix gesagt twix hat immer twist raus gelesen okay aber t&w wird anscheinend erkannt ja also ganz ehrlich wenn einer fragt dann dann zeige ich ihnen das ganz okay nämlich hin und zeichnen quasi buchstaben ab also an sich schon interessantes thema überhaupt mal darüber zu philosophieren wo fängt denn eigentlich ein wild style an ich meine es wird nicht festgelegt muss ja auch gar nicht sein unbedingt aber trotzdem sind es ja diese wie sagt man althergebrachten einteilungs normen dass man wenn ich dich unterbrechen darf tatsächlich habe ich mir da nie wirklich gedanken gemacht also was mache ich denn also in welche kategorie kann ich das einordnen ich würde sagen es ist für mich persönlich ein klassischer graffiti style also outlines blöcke highlights second mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger background schönes fill in schöne farben oder auch mal monochrom also schwarz weiß um schwarz lustig dass du das sagst weil ich habe in den letzten jahren immer wieder mal die gelegenheit gehabt über das thema graffiti style writing bis hin zu referieren auch vor leuten die dann ja keinen plan haben von und du versuchst schon anteilung einteilungen zu finden um den leuten noch ein bisschen hilfestellung zu geben und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen die art von graffiti wie wir sie jetzt machen würde ich mich jetzt auch mal dazu nehmen weil mich eine ähnliche ästhetik auch eine rolle spielt dass ich sage das ist so hiphop basiertes graffiti ja kann man natürlich darüber streiten wahrscheinlich würden jetzt viele new yorkerinnen und new yorker rebellieren und sagen ja es kommt von uns aber tatsächlich haben wir vielleicht gar kein hiphop gehört weil es gab es da noch nicht aber ich glaube schon irgendwie weil die art von graffiti und da würde ich stein zeug mal mit dazu nehmen das ist schon das was so auf diesen ziehen ansatz basiert und und alles was dann so danach kam also ich bin jemanden unrecht und es gab auch ganz ganz viele andere aber dieses dieser typische kanon und der wurde halt über hiphop verkauft so also das kam halt über die hiphop welle rüber insofern würde ich fast sagen diese funky styles sind schon mit hiphop verbunden und deswegen absolut ja da würde ich mich das sogar trauen zu sagen hey das ist halt so hiphop funky style so was wir so machen findest du das ist das heutzutage noch zeitgemäß so zu malen du merkst schon ich werde kontrovers was ist zeitgemäß ne geh mal davon aus dass du bekommst ja wohl mit was gemalt wird ne ja ich glaube das schläft das wird nie 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 sterben irgendwie ne also ich zeitgemäß was ist zeitgemäß wie muss man da rein also muss man irgendwo reinpassen muss man in irgendeiner zeit passen überhaupt mit seinen mit seiner kunst oder mit seinem style ich glaube es ist immer der der zeitpunkt in dem man selber lebt und daraus das macht was man gut empfindet wo man seinen anspruch ein reinwirft und wo man sagt das will ich machen du hast es ja eben schon gesagt dass du anscheinend zumindest auch am anfang noch nicht so viel darüber nachgedacht hast was du da machst und vielleicht ist das ja bis heute so höre ich das zumindest raus eine konstante dass du es einfach machst ja absolut ja deswegen also ich habe einfach ich habe tatsächlich immer gemacht einfach nur da habe ich mir gedanken gemacht zu kombinationen aber es war tatsächlich immer dieses machen und rausgehen dosen in die hand nehmen und malen es ging mir wirklich ums malen und den namen zu schreiben rumzufahren und und seinen namen irgendwo hinzuschreiben tatsächlich anspruch war natürlich ja ich war immer irgendwie es war schon irgendwie eine kompetition vielleicht also kompetition in dem sinne ich will wenn ich irgendwo mit anderen zusammen male dann will ich vielleicht herausstechen ich will was auf die wand bringen was natürlich mir gefällt was den anderen vielleicht auch gefällt aber ich will da immer mit einem guten gefühl rausgehen oder aus so einem tag was positives mitnehmen also ich höre jetzt raus dass es für dich eine emotionale ebene gibt das gefühl muss stimmen am ende des tages ja rein von der ästhetik also um darauf zurückzukommen also du malst halt jetzt eben so ein funky graffiti wie es in den 90ern letzten endes auch schon gemalt wurde und auch davor wahrscheinlich schon es gab in den 90er jahren besonders hervorstechende protagonisten die genau für diese art von graffiti gestanden sind ich gehe mal davon aus die waren für dich bestimmt auch präsent ob das jetzt ein can to ist ob das ein baits ist etc das waren so diese großen lichtgestalten und trotzdem hast du es ja geschafft da irgendwie was eigenes draus zu machen und dem ganzen eigenen stempel aufzudrücken wie war es für dich jetzt in diesen jahren in denen du das machst gab es da bestimmte momente an denen du gemerkt hast jetzt muss was passieren also ich möchte jetzt den style noch mal weiterentwickeln ich will da noch mal irgendwie abzweigung nehmen und wenn ja wie war das diese momente die gab es auf jeden fall es war immer so dass ich sehr sehr wenig gezeichnet habe zu hause ich habe sehr wenig skizzen mit zur wand genommen habe abgemalt das heißt es war immer sehr stimmungsabhängig wenn ich den schlechten tag hatte dann dann sah man das auch also andere vielleicht nicht aber ich habe es gesehen habe gemerkt war nicht so wenn ich was im kopf was anderes im kopf habe dann 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 habe ich es immer gemerkt viele haben immer gesagt zeichne mal mehr du 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 entwickelst dich schneller weiter und ja für mich war das dann einfach nur arbeit zu hause zu sitzen diese begrenzung zu haben auf aufs blatt papier das das hat mir nicht gefallen ich wusste aber ich muss also irgendwie wird es auch irgendwann langweilig es wird dann immer 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 der stempel irgendwo so ein bisschen und ich habe immer wieder mal ein bisschen versucht so ein bisschen verschachtelt oder so ineinander zu malen glaube so der richtige umschwung kam meines war 2012 da habe ich habe eben gesagt manchmal waren die styles wurstig ja ich habe von wurst sag ich mal auf linear umgestellt ich habe einfach mal versucht ich mache jetzt mal gerade linien und das war wirklich das war ein weiter schritt also es war ein schritt nach vorne haben ja auch andere menschen gesagt hier boah das so das ist quasi eine art quantensprung gewesen weil auf einmal bewegt sich da was und das hat mich dann wieder motiviert war es schwierig man muss es nur machen man muss einfach nur machen bei dir ist aber technik um jetzt noch mal drauf zu kommen das hatte ich vorhin schon mal erwähnt aber technik ist für dich fast schon eine voraussetzung so dass deine bilder auch so kommen wie sie kommen also die sauberkeit die outlines die präzision inwieweit haben jetzt auch dosen material technik eine rolle gespielt damit du an diese ausprägungsform deines styles hingekommen bist ja das kann ich schwer einschätzen aber ich habe mit spa war gestartet damals wir hatten damals bei uns natürlich um die ecke spa war lager was heute wahrscheinlich auch noch gibt ich war lange lange nicht mehr da lang uns mal kurz wo das war das war das war in märze nicht und ja wir waren also wir waren oft da und ich kannte die 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 eigentümer dort und die den lageristen dort und habe ich mit dem sehr gut verstanden und er hat uns einfach hinten rum turnen lassen im lager und wir haben da uns die besten dosen raus gesucht standard war immer schwarz als waren immer diese diese labor dosen die manchmal ja da war zu viel druck drauf die farbe kam raus und da haben uns einfach immer eingedeckt also mit spa war gelernt vielleicht hat das hat das irgendwie eine auswirkung gehabt man musste wirklich ja mit diesen dosen üben man musste raus wenn welche dose oder welche farbe hat gedeckt und das war nicht so gut also welche dose ich erinnere mich noch mit mit grauen an teilweise an die ventile wenn 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 dann irgendwann der druck raus war aus der dose hast du immer diesen schönen versatz gehabt richtig ja und wir haben natürlich viel ausprobiert damals wir hatten wir wussten ja nicht wirklich was so was was so gab es gab damals ich weiß nicht ob du das noch weißt diesen skills mail oder sehr gut sogar weißt ja was aus gilt später wurde oder ob in irgendeiner podcast folge hast du gesagt genau skills ist der vorläufer molotov ja da dämmert was aber es ist so da haben uns einfach verschiedene caps geholt und ja badana skinny war so mein favorite in new york skinny hat cap geschichte das war nie so mein ding da war mir die knöpfe irgendwie zu klein also für mich war immer so dieses dieses gefühl hinten auf dir auf das cap zu drücken hinten und das den druck zu regeln die vielleicht nach hinten zu ziehen so ich habe das immer nachher so ein bisschen damit verglichen eben wie mit airbrush zu malen also drücken und nach hinten ziehen irgendwie oder mal an die seite habe dann auch später mal diese diese von molotov diese mit flame caps benutzt super wenig druck also super hart irgendwie super anstrengend aber super fein ja einfach viele caps ausprobiert einfach versucht und einfach den finger an verschiedene stellen gesetzt und geguckt was passiert dann und da kommen echt interessante sachen raus also wenn wir jetzt schon im technik talk sind und ich glaube bei dir muss man den technik talk führen wenn man über style spricht weil du bist halt ein sehr technischer maler dann sind wir ganz ehrlich also eigentlich kann man ja fast mit jeder cap malen wenn man möchte aber gerade wenn man so große pieces mal und wenn man dieses mal mit langen geraden und so ne und und komplexer anform dann brauchst du eine gewisse grundgeschwindigkeit beim malen und so eine mehr claim finde ich jetzt eine zumutung wenn du geschwindigkeit brauchst aber du bist jetzt kein stanni typ noch bis niemand der die standard cap nutzt oder ich sag mal wenn ich irgendwo wo schwarz schwarz chrom irgendwie wie ausmacher zum beispiel dann auf jeden fall ja auch mal standard cap tatsächlich da sind mir die anderen auch zu langsamer irgendwie was ist dann dein cap der wahl das ist das schwarze belton skinny pro mit dem grauen punkt ja ich hatte letztens neu gekauft tatsächlich haben die die form ein bisschen geändert da sind an der an der seite so ein bisschen kantiger geworden komischerweise hat auch irgendwie nicht so richtig funktioniert mit dem mit dem cap weiß ich muss noch mal demnächst noch mal testen das sind es die die aber aussehen wie eine banana cap genau banana ja also quasi das komplett graue banana ja aber dann in schwarz auch so mit den runden ecken oder runden seiten und in der produktion waren irgendwie ja die kanten härter komisch komisch hat hat ein bisschen genervt weil man wird so rausgerissen irgendwie so fühlt sich anders an genau und zum vorziehen nämlich standard caps weil da musst du noch nicht so darauf achten auf sauberkeit da kannst du ein bisschen mehr abstand nehmen von der wand und kannst du ein bisschen mehr flow reinhauen das sieht man bei dir unter anderem auch in den videos die du bei dir im social media post ist wurde so wo man ja wie sagt man progress sieht wie du ein bild malst wie sich das bild sozusagen schritt für schritt entwickelt und dann sieht man eben wie du dann teilweise auch wirklich echt lange lines ziehst und und durch den druckverlagerung auf dem captain richtig schön spitz endest und so also du machst jetzt eine frage aber kattest du überhaupt noch groß nee nee also ja manchmal ganz ganz selten also du hast die technik jetzt so gemeistert dass du eigentlich mit dem aller prima also du malst drauf los und muss da gar nicht mehr viel dran rumschrauben das ist schon eine meisterschaft hast du das gefühl dass das auch was ist was die leute begeistert so ja denke ich schon also es kommen kommen da schon sehr viel rückfragen wie mache ich das was nutzt du da oder ja einfach auch zuspruch ne scheint die leute irgendwie zu animieren oder es scheint irgendeinen punkt zu treffen das sieht man ja auch bei kollegen kolleginnen die ähnliche videos posten siehst ja wie das abgeht immer also wieder wieder entscheidend wie das die leute so rein saugt irgendwie irgendjemand hat mir letztens mal erklärt das nennt man irgendwie asmr oder so richtig ja das habe ich dann auch gelernt weil kommentare kamen hier genau wie die sagt dieser name dieses asmr ja das hat ja was mit mit geräuschen zu tun du kratz irgendwo aufs papier zum beispiel wenn du mit dem stift über über eine leinwand reibst dann kratz das ja so und das stimuliert dann einige leute habe ich dann auch gelernt denkt man dann an zu schnurren vielleicht ja echt erstaunlich also ich muss ehrlich sagen vielleicht liegt es auch daran dass das ich das jetzt ja auch schon so lange mache und vieles und von den dingen die als anfänger oder als anfängerin wahrscheinlich so völlig abstrus und völlig abstrakt ist dass man sich das gar nicht vorstellen kann wie man das machen kann jetzt ist es normal weißt du für uns ist das so ein bisschen routine aber ich glaube für leute dieses halt nicht machen oder die das erste mal sehen für die muss es ja voll der brainfuck sein zu sehen dass da irgendwie jemand aus nichts war mit diesem abstand also was ja immer diesen abstand zur wand und da die kontrolle so on point zu haben ist halt für für außenstehende buch mit sieben siegeln ja es liegt auch daran dass ich mich dann komplett abschotter auch eben beim malen da hilft musik sehr sehr stark also auch beim vorziehen und nachher outline ziehen das kopfhörer auch dann ja ja das merkt man auch wenn dann wenn dann wenn ich irgendwie so ein bisschen richtung elektro oder so musik hören dann dann sieht man das auch in den buchstaben dann wird schon ein bisschen aggressiver höre ich da jetzt raus dass du freestyles ja ok ganz oft ja ganz oft das heißt aber du hast manchmal ein sketch am start ganz selten gut dass wir darüber gesprochen ja weil weil ich mich nicht einschränken will also ich möchte mir wirklich keiner keiner keine vorgaben irgendwie machen weil es ganz oft ja auch dann nicht so wird wie es wie du es gezeichnet hast es es verschiebt sich immer irgendwo eine dimension irgendwo irgendwas irgendeine proportion oder so und deswegen ich bleibe dafür möchte frei bleiben dosen vorgestrichen und dann da passiert es natürlich auch mal dass ich ein zwei buchstaben wieder weg streiche weil ich merke okay nee nee das 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 wird wieder das gleiche was du vor einer woche vielleicht gemacht hast okay und da hilft tatsächlich auch musik okay das heißt du hörst dann elektro zum beispiel oder was was noch so in der auswahl ja deutschen rap zum beispiel oder oder jazz auch manchmal zum beispiel okay ja viele instrumente so einfach nur beets hören naja ich habe es eh schon geahnt weil wenn man deinen bildern so eines glaube ich unterstellen kann dann dass schon viel flow drin steckt dynamik gibt movement sagen wir es mal so und movement kommt ja meistens aus irgendeiner inneren dynamik musik ist hilft natürlich dabei haben wir auch in anderen folgen unserem podcast schon sehr sehr interessante gespräche dazu gehabt ob das mit amigo war der auch als tänzer da irgendwie ganz ganz viel flow mit reinbringt also ich finde es immer wieder spannend darüber nachzudenken wie man durch musik durch bewegung tanz ist ja ein bisschen ausdruckstanz eigentlich wenn man vor der wand steht also wie man da einfach den den wuchstaben so den letzten die letzten 20 prozent leben noch einhauchen kann jemand vielleicht braucht damit damit es halt funk hat so ist schon so also wenn man überlegt so so es gibt ja verschiedene also andere elemente noch im hip hop so so breakdance zum beispiel das war gar nicht so mein ding also ich bin da eher so der der steife bock so tatsächlich an der wand ist es ganz anders da geht es einmal von ganz links nach ganz rechts und ganz unten nach ganz oben ich habe immer eine leiter mit einen kleinen tritt wo ich dann alles ausnutze um so weit wie möglich nach oben zu kommen also ja da gibt es auch abende wo du dann wirklich richtig kaputt bist mit muskelkater und sagst okay das war sport heute aber das ist eine ist schon eine art tanz an der wand okay wenn die outline auf der wand sitzt und du bist zufrieden du nimmst die fünf schritte abstand guckst drauf oder eher zehn wahrscheinlich guckst drauf denkst du so geil dann kommt ja für mich muss ich ehrlich sagen eher so ein leidens schritt weil jetzt muss ausgemalt werden jetzt kommen die farben zum einsatz und farbe ist für dich ja genauso wie technik und outline und so weiter ja ein ganz ganz wichtiges element also wer mal auf deinem instagram account sich umgeguckt hat der sieht ja wenn was für eine brillanz in was für eine vielfalt du mit farben umgehst wie kam es dazu also ist für dich farbe schon immer so wichtig gewesen oder hast du dich dem ganzen dann irgendwie genährt ja das war auch so eine stille entwicklung vielleicht also damals natürlich mit spar war waren sie natürlich nicht so brillant die farben tatsächlich dann ging das so richtung belten natürlich irgendwann auch und also ich hatte immer so einen hang zu poppigen farben muss ich sagen also ich habe es ist auch heute sieht man heute auch immer noch immer so dieses pink lila so also sehr pink lastig war es und ist heute als teilweise auch damals war ich immer fan von schockblau mein monitor schockblau war immer sehr sehr gut kann ich unterschreiben ja auch da kann ich so sagen es ist ein gefühl dass was sich entwickelt hat und natürlich haben die die hersteller natürlich auch einiges dazu beigetragen verschiedene farben auf den markt zu bringen na ich frage jetzt auch deswegen weil ich meine ganz ehrlich wenn man jetzt noch mal in diese anfangszeit zurückgeht als wir angefangen haben so in den 90ern du hattest halt deine vorbilder so und sind wir mal ehrlich viele viele styles die gemalt wurden wahrscheinlich auch den dosen geschuldet war eine klassische schwarze outline warme farben im style und kühle farben im block und im background halt irgendwie neutralen bubbles also es gibt ja so einen klassischen kanon wie man farben einsetzt und den hast du ja deutlich durchbrochen also bei dir können ja auch mal irgendwie sumpfige töne und dann hast du eine eine poppige outline und deine deine wie sagt man deine fantasy wolken im style bist du ja wirklich du gehst ja völlig lose irgendwie mit den farben hat er irgendwas inspiriert also gab es da irgendwie einen moment wo du sagst geil das will ich jetzt auch machen ja ich glaube es war so dass andere andere sprühe das mal benutzt haben glaube ich kann gar nicht sagen wer das war aber habe gesehen es geht auch anders es geht tatsächlich anders und mal raus aus deinem aus deinem kopf war raus und halt meine farbkarte hin oder oder geh einen dosenladen nimm dir die dosen mal und setz sie gegeneinander meine frau zum beispiel die ist dann wenn sie mal mit zum shoppen war losen shoppen ist natürlich auch eine gute beraterin grundsätzlich was so farben angeht dann frage ich hier und da und dann das kann ich mir gar nicht vorstellen und am ende war krass das hat ja funktioniert ich weiß manchmal gar nicht ob das wirklich gut aussehen wird oder wenn man manchmal klappt und manchmal funktioniert sind vielleicht nicht wie muss ich mir das vorstellen wenn du jetzt zur wand gehst hast du eine große ikea tasche dabei oder und einmal experimentiert oder bist du so der 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 sagt man der professor der am ipad oder was ist sich da am rechner noch die farben plant und genau abstimmt gar nicht also ich habe immer sehr viel dosen gesammelt auch immer die restdosen mitgenommen und tatsächlich ist wenn ich losgehe ich packe alles ein ich nehme viel zu viel mit also deutlich zu viel mit aber das mache ich deswegen weil ich dann variieren kann also spontan entscheiden kann ich okay was hast du hier für dosen und dann testest du das mal und also ich bin nicht so strukturiert dass ich am anfang wirklich aufliste was habe ich vor ich gehe zum dosenregal okay wo hast du heute bock drauf ja letzte woche hast du vielleicht ein bisschen erdiger gemalt ja heute auch macht er mal ein bisschen grün ja und dann kommt dann irgendwie gelb dazu und dann wird dann doch vielleicht noch mal eine pink eingepackt und dann nimmst du doch mal eine bordeaux oder so und ja dann wird der kofferraum voll und dann fährst du zur wand hast du eine persönliche wand also hast du eine eigene hall oder gibt es hier halls oder lost places oder wie machst du das wo hast wo sind deine spielplätze quasi ohne da zu viel zu verraten natürlich also ich habe eine garage das ist so eine private wand ansonsten ja musst du sich bewegen um wände zu finden wir haben hier im norden haben wir ein altes fabrikgelände da gibt es einen guten oder schönen spielplatz und ansonsten ja einfach ich bin viel unterwegs oder treffe mich in hamburg mit leuten und fahr durch deutschland fahr durch die ich würde noch mal ganz gerne auf das thema technik reingehen oder auf auf thema material besser also trifft es wahrscheinlich besser wenn wir über material sprechen jetzt gibt es mittlerweile farben noch und nöcher es gibt brands noch und nöcher es gibt caps noch und nöcher bist du da experimentierfreudig oder hast du sage ich mal so deine standards wo sagst es funktioniert da greife ich zu oder kaufst du dir auch mal irgendwelche schrillen sachen oder mal irgendeinen effektspray oder baust vielleicht sogar selber irgendwelche caps die weiß ich weiß nicht kannst du die bond caps genau super interessant was er da macht aber nee sowieso kreativ bin ich nicht könntest du dir das vorstellen mit sicherheit ja ja ich überlege es ist einfach so ein offenes thema jetzt ja ich überlege mal gerade wenn man in so einem segment unterwegs ist wie wir dass wir eigentlich diese semi wild styles malen und diese brillanz haben wollen da ist man manchmal nicht so locker ne so zu sagen jetzt kommt mal hier so ein so eine verdrippte line rein oder es ist glaube ich schon schwierig da aus dem aus der fahrt mal nach links und rechts zu auszubrechen also ich bin schon ja wie soll ich das ausdrücken schon schon auf linie irgendwie auf linie ich gucke mir das gerne an also ich bin bin schon interessiert was was so draußen passiert ist auch super interessant was bond zum beispiel macht da aus der banane irgendwie die farbe raus zu spüren also super aber ich wüsste jetzt nicht wie ich es mich umsetzen könnte oder einbinden könnte gut ich meine deine fehl in farben sind meistens ja angereichert mit so kleinen ich nenne es jetzt mal so grafischen flächen die du einbaust da bist du ja schon experimentierfreudig ich würde sogar fast sagen da hast du dir so ein bisschen so corporate elemente geschaffen wie du wie du in den buchstaben rein malst wahrscheinlich gibt auch andere die so mal irgendwie aber das ist was was ich bei dir auch durchzieht wie so ein roter faden beispiel jetzt aktuell mache ich mache ich wirklich viel so diese nebel geschichten ich habe mal gesehen wie das eine macht und und ob da gerade bock drauf also diese diese harte seite so ein bisschen rumnebeln und ist irgendwie so nur so ein mini ding irgendwie aber aber ich bin dann schon tatsächlich froh wenn ich wenn ich das will mal wirklich mit fett also mit dieser diesem nebel wabbel kram irgendwie mal über die outline ziehe und denke gut jetzt hast du mal hast es doch mal nicht so clean gemacht und bricht mal so ein bisschen aus setzt halt echt ganz schön viel mut voraus sich da mal locker zu machen ja das stimmt also macht aber auch super viel spaß einfach mal zu sagen weißt du was ich mach das jetzt einfach mal und beim nächsten und wenn es gefällt dann machst du es noch mal oder machst es nicht egal was soll passieren also machst ja nichts falsch war der letztens ein gespräch mit einem doch sehr etablierten writer old school writer und da ging es eben darum wie weit man gehen kann in der entfremdung von buchstaben also eine abstraktion das heißt du malst letzten endes dann am ende nur noch so eine illusion so eine impression eines buchstabens aber eigentlich ist der tatsächliche buchstabe gar nicht mehr so richtig vorhanden was würdest denn du sagen wie weit kann man denn gehen bis es dann kein style mehr ist ich bin eigentlich der meinung dass es da gar keine grenzen gibt klar man muss den style also das teil irgendwo noch also jeder hat seine handschrift irgendwo und ob er das jetzt auf leinwand bringt oder auf die wand jedes element hat ja irgendwo einen gewissen style und style hat ja auch dann wieder erkennungswert und wenn du den siehst dann glaube ich ist das völlig okay also die grundformen der buchstaben müssen gar nicht zu 100 prozent zu erkennen sein hauptsache der hand die handschrift ist erkennbar meinst du das ja habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gedanken darüber gemacht ja das noch gedanken die für mich neu sind wenn ich ehrlich bin meinst du so also es gibt ja sowieso so mason aus dortmund zum beispiel der da sind vielleicht auch da die dann so so abgeklebte so form machen ja das habe ich jetzt im kopf gerade mit dem thema klar das ist ja auch schon so abstrakt und die haben natürlich auch es ist irgendwie trotzdem noch erkennbar und man sieht von wem es kommt man muss immer noch irgendwas erkennen können finde ich man muss es mit irgendwas verknüpfen können okay ja sehe ich auch so irgendwie eine emotion vielleicht noch aus man müsste die essenz noch erkennen von dem was diesen writer ausmacht oder die writerin ja was würdest du sagen ist deine essenz jetzt wird es philosophisch ach gott das kann ich nicht beantworten ich habe vor dem gespräch wirklich lange darüber nachgedacht und natürlich sind es die buchstaben die ich dir auf jeden fall zuschreiben würde das ist auch dein ding so da kennt man innerhalb von wenigen sekunden dass es ein style ist finde ich jetzt aber ich glaube schon auch dieses dieses fantasievolle ne also diese farben der verspieltheit ja das ist ein bisschen traum traumhaft teilweise auch ne so dieses dreamy irgendwie mit diesen backgrounds ja das ist so im hintergrund die so ein bisschen spacig malen so um hier und da ein paar kontraste setzen ja den style aber trotzdem irgendwie hervorheben das sind so dinge die mir jetzt zum beispiel wo ich sagen würde das würde ich dir halt halt hundertprozentig zuschreiben so aber es ist nicht einfach also ich finde es erstaunlich dass obwohl wir also da fasse ich mir selber jetzt auch an die nase ne also obwohl man jetzt so viele jahre sich damit beschäftigt macht man sich darüber gar nicht so viele gedanken so was was eigentlich grund essenz ist ne der grundgedanke dessen was man da so treibt richtig weil wir halt einfach auf die buchstaben immer fixiert sind also es geht hauptsächlich um dieses näher der style muss halt bahn so der die buchstaben müssen sitzen die struktur muss gut sein richtig die pfeile müssen swing haben vielleicht oder ja die verbindung müssen stimmen das muss einen sinn ergeben da darf sich einfach ein element irgendwo dran setzen und du weißt nicht woher kommt genau glaube leute die jetzt zum beispiel charakter malen haben es ein bisschen einfacher weil über das charakter mal kannst du ja wenn es gut läuft kannst du ja auch eine kleine geschichte erzählen machen jetzt auch nicht alle aber glaube wenn ich mal so in so mode 2 denke oder so da da hast du ja sofort konkrete bilder oder geschichten im kopf weil diese diese motive haben ja schon so eine eigene eine eigene ebene wie sie wie sie kommunizieren können also ich finde es an sich schon ziemlich spannendes thema jetzt bist du mit deinem style überregional bekannt ich würde sogar sagen international bekannt das war sicherlich auch eine entwicklung da hast du auch viel dafür gemacht warst auch viel unterwegs brauchst du mal ein paar so punkte nennen und glaub da wird es glaube ich allen da draußen schon klar dass du da echt viel rumgekommen bist also du warst schon auf moros kill der festival du warst bei diversen meeting of styles international du hast auf vielen jams gemalt und du warst auch regelmäßig kann man sagen ich weiß nicht aber du warst oft in amerika kanada dann hattest du noch da austausch ist das was was ganz natürlich für dich ist oder war das was wo du weiß ich nicht wo du wo du dich auch überwinden musstest um den austausch zu treten ja ich fange noch ein bisschen ich hole noch ein bisschen aus das war so dass ich gerne nach italien gefahren bin da habe ich sprühe kennengelernt aus bologna das demo zu dem ich auch heute noch kontakt habe und da fing das so an okay cool wie wir fahren in ein anderes land und da gibt es genauso verrückte typen wie hier sprachbarrieren waren natürlich da irgendwo aber irgendwie das hat gepasst und 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 meine frau muss sagen die hat die ist früher sehr viel gereist und die war auf den philippinen und wir sind dann zusammen rüber geflogen 20 2014 und da hat es mich so wirklich gepackt also ich war schon in usa 2008 einmal da habe ich damals am five points noch gemalt da habe ich den bäsch den b b-asch b-asch aus magdeburg ach komm damals getroffen ach wahnsinn und da haben wir so ein jeder hat ein tor gemalt damals schöne grüße übrigens an der stelle wenn du uns hörst wie wird er richtig ausgesprochen b.asch b.asch schöne grüße da haben wir uns tatsächlich getroffen und haben da zusammen gemalt und ja dann dann waren wir 2013 waren wir in usa da war es aber sehr schwierig connections zu finden da waren wir in new york und in san francisco la da hatte ich noch keine kontakte ich hatte hatte ich glaube ich hatte damals von vogue von der tdk damals irgendwie eine e mail hat natürlich keiner drauf geantwortet das war ja letzten endes auch die zeit vor social media richtig war das schon myspace ja myspace schon aber auf jeden fall noch kein insta und so ne genau und da ja ich hatte online gesucht nach nach dosenläden habt auch welche gefunden habe aber nicht malen können irgendwie keine keine verbindung habe damals habe ich bei einer firma gearbeitet die hat web to print gemacht also sie haben leinwände bedruckt und die hatten eine produktionsstätte in miami und da habe ich kollegen gehabt die die produktion geleitet haben die auch gesprüher sind und da bin ich dann kurz auf dem rückweg 2013 habe ich angehalten quasi da in miami in winwood und da haben wir zusammen kurz gemalt und das war dann so der erste kontakt in usa und wie gesagt dann sind wir auf die andere seite der erde geflogen richtung richtung asien philippinen richtung manila dann waren wir in hongkong waren in bangkok und für mich war es immer interessant und leute zu treffen in in anderen regionen regionen der welt und da die asien touren sehr anstrengend sind haben wir gedacht kommen wir wir wollen einfach noch mal in die usa fliegen und da gab es social media ich glaube da da fiel das an mit insta ja und das hat wirklich einiges nach vorne gebracht also da habe ich leute angeschrieben wir haben ich habe in new york connections gehabt ich habe dann in miami leute getroffen das waren auch dann tatsächlich immer wieder zufälle ich war auf der art basel in miami habe da auch wie wild gesucht habe dann über andere kontakte telefonnummern bekommen und da muss ich sagen da haben die mir auch wirklich gute kontakte gegeben wer war das dann so das war zum beispiel das war sk aus miami das war trace aus new york und in miami war das noch grab ja es war spannend das war dann war dann so da 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 hat dann evok mit gemalt da war taste mit dabei und leute aus puerto rico waren dabei und kanadier wie zum beispiel shock aus aus montreal und ja irgendwie ich hatte halt bock ich habe da durchgedreht ich bin habe da irgendwie super viele bilder gemalt ich mal ja auch grundsätzlich sehr schnell weil ich das auch hinter mich bringen möchte dann immer also ich bin wirklich dann auch schnell und habe da wirklich viel gemalt was heißt schnell ja ich ziehe vorfüllen aus outlines also einfach schnell sein schnell fertig werden in stunden ausgedrückt es ist denn so ein standard also richtig ausgearbeitetes bild vielleicht so weiß nicht die stunden drei stunden schon ordentlich an also unterschiedlich aber ich glaube das hat die jungs da irgendwie beeindruckt da kommt jemand aus deutschland und haut da irgendwie auf die kacke der malt auch in der letzten ecke die er bekommt der malt irgendwo in der ecke wo dann balken davor sind der nimmt dann die balken und malt die balken so dass er dann ein vernünftiges foto bekommt mit abstand also die balken standen vor der richtigen wand mit abstand und dann hast du habe ich dann von weitem quasi outlines auf den balken gemalt und ja irgendwie hat dir das beeindruckt dass da so einer da ist ja also also doch bond hast ja doch ein bisschen ein nach bond gemacht genau und und da 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 ging das einfach weiter da 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 habe ich dann wie gesagt die kanadier kennengelernt und bin dann auch von den usa mit meiner frau hochgefahren richting montreal so eine rundtour gemacht und die kontakte behalten bis heute das ist jetzt schon auch stylmäßig so schon deine heimat ne also nicht deine heimat im sinne von deiner heimat aber was die so machen da willst du dich wahrscheinlich auch daheim oder absolut ja also die haben eine andere energie also die haben auch einen anspruch die machen das wo ich auch bock drauf habe wo ich sage hey dass das sieht gut aus lustig weil ich war 2000 durch nachdenken ab 2015 war ich in san francisco und durch ein paar kontakte eben konnte ich dann da vor ort auch die leute finden und habe den cap und den toro getroffen das war schon krass also ich finde wie du sagst nur diese energie schon special also ich weiß nicht woran das liegt aber die geben da halt echt 100 100 prozent ja ja das merkst du schon das ist schon schon eine andere mentalität ja also es hat ich weiß nicht ob man das mit mehr lebensfreude irgendwie verknüpfen kann oder grundsätzlich vielleicht auch gastfreundlichkeit ich weiß nicht also in puerto rico zum beispiel war es so da wurden sehr viele leute eingeladen und und da habe ich ja einfach nur gute erfahrungen gemacht die haben mich abgeholt die haben wir sind in baumarkt gefahren haben uns da silber geholt haben uns da günstige dosen geholt mit da haben wir dann noch die adapter gehabt das konnte deine eigentlich nutzen muss den adapter nutzen war auch irgendwie eine neue erfahrung wir haben sehr viel chrom schwarz dort gemalt in ja alten schulen die die quasi wachlagen und diese gastfreundlichkeit dieses mitnehmen und den spaßfaktor da irgendwie reinbringen und ja die sind immer ein bisschen drüber irgendwie es ist auch so ein bisschen weiß nicht vielleicht so ein bisschen unecht teilweise oder so aber irgendwie auch nicht es gibt einfach ein gutes gefühl doch nicht klar ich meine das ist ein bisschen klischeehaft ne darüber zu sprechen und als allgemeinheiten daraus abzuleiten aber trotzdem ne ich habe es ja auch so mitbekommen das ist so eine mischung aus einer so einer grundfreude so eine grundmotivation lass uns was machen lass uns was geiles machen der anspruch ist schon groß aber was ich zum beispiel da gar nicht gespürt habe war so eine so eine animosität weißt du so ein so ein abchecken erst mal und so ein bisschen auf abstand halten und so das gab es gar nicht also es war sofort ja bam full contact volle power so was findet man natürlich in südeuropa schon auch ne aber das ist ein bisschen anders weil da jetzt chilliger zu da ist dann ne also so habe ich zumindestens erlebt also wie gesagt ich will daraus keine allgemeinheiten ableiten aber das ist so der eindruck den ich bekommen habe aber du hast deutlich mehr reisen schon hinter dir als ich deswegen interessant da kann ich dir sagen die südamerikaner tatsächlich die haben eine andere zeitschaltung also die haben das haben mit mir die amerikaner auch gesagt die haben mir dann gesagt okay ja der und der aber die sind die die haben die insel time die island time die sind dann wirklich tranquilo die sind entspannt und die malen die bild auch nicht fertig das kann ich ja gar nicht irgendwie ab wenn einer sein bild nicht richtig nicht fertig mal weil geht nicht also da kommt der der allemann da kommt der allemann raus und ja jeder mensch ist anders und die amerikaner sind da wirklich sehr positiv okay hat es was mit deinem style gemacht hast du dann mal irgendwie so ein swing mitgenommen mit sicherheit auch ganz klar wieder unterbewusst wahrscheinlich die woche die ich dann oder zwei zweieinhalb wochen die ich in puerto rico zum beispiel war das war so ein kompletter mix das war das war wir malen hier ein paar bombings in den schulen haben nur schwarz dabei dann haben wir haben wir eine jam gemacht wir haben eine ausstellung da gemacht ich glaube schon dass da ja einfach durch die freude durch die stimmung durch die die erlebnisse zum beispiel auf puerto rico doch schon wieder ein einfluss gehabt haben hast du mit den leuten heute noch kontakt oder gab es dann auch mal gegenbesuch ich habe heute noch kontakt zu den jungs drüben schock zum beispiel aus montreal das ist jetzt auch vor corona irgendwie ich glaube es war 2019 war in berlin da haben wir mit taun zusammen gemalt auch mit kollege b punkt asch auch hier irgendwie lange her wie ich merke tatsächlich fliege ich im april wieder rüber nach kalifornien und trefft dort rusty macht so eine wetter sein ja und palmen und palmen und graffiti große autos und große autos ja gut also für dich ist reisen wichtig austausch wichtig war es bis heute sozusagen auch erhalten können wenn ich auch ganz cool eigentlich wenn man sich dann instagram account anschaut sieht man dass tatsächlich bist viel unterwegs und es sind so orte die immer wieder aufblitzen unter anderem lanzarote also eine spanische insel kanarische insel da bist du relativ oft und du magst da auch und nicht irgendwie sondern sehr sehr aufwändige produktionen bis da wirklich wahrscheinlich mittlerweile auch gut vertreten würde mich interessieren wie kam es denn dazu dass du da so so häufig bist und gab es dann graffiti approach für dich auch genau also so wir haben lanzarote grundsätzlich deswegen gewählt weil weil wir ja einfach mal wieder urlaub machen wollten und für mich war immer oder war ganz klar oder es ist immer klar wenn wir irgendwo hinfahren dann suche ich einen kontakt einen writer kontakt ich suche mir einen dosenladen ich gucke vorher schon wo gibt es irgendwo einen dosenladen gibt es da irgendwo graffiti gibt es da irgendwas im netz und da hat insta auch wieder geholfen da habe ich einen sehr guten kontakt dort ja entdeckt und er hat mir sehr viel gezeigt also ich würde am liebsten sofort wieder rüberfliegen da 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 ist eine sehr kleine insel da sind sehr viele verlassene gebäude die haben da sehr viel angefangen zu bauen hotels angefangen zu bauen die sie nicht fertiggestellt haben da gibt es eine alte diskothek direkt oberhalb von arsiv am flughafen da habe ich auch wirklich die aufwändigeren produktionen oder wände gemalt mit den jungs dort vor ort da gibt es einen sehr interessanten writer der malz malz schweine also müsste hier das piggy the pig ist echt ein witziger typ und die jungs haben ich glaube ich habe die so ein bisschen motiviert mal wieder mal richtig gas zu geben also ich ich sage ich komme auf jeden fall wieder ob es in drei monaten ist oder in vier monaten ich sage bescheid und das ist auch so wenn ich dann schreibe hier ich bin dann und dann da okay super der das irgendwie drei wochen vorher schon ab wann wollen wir malen hast du zeit tatsächlich habe ich da auch einen ort gefunden wo ich meine dosen die ich über die ich noch über habe die habe ich dort versteckt ist gut die ich auch beim letzten mal wieder die hat keiner geklaut die habe ich wiedergefunden und wieder benutzt alles gut das ist einfach dass das klima ist dort gut da 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 gibt leckeres bier da gibt es viel frische luft das macht einfach spaß da klingt geil auf jeden fall ich war auch mal auf lanza rote und ohne sehr besondere insel einfach die natur ist ja auch schon krasser an der vulkaninsel und ich muss sagen ich weiß nicht ob das von mir kommt das ist jetzt so so das ist so ein gedanke also als wir dort ankamen da habe ich da habe ich ja schon gesehen dass da viele viele bombings auch waren oder es waren waren hier und da mal bilder auch an einer autobahn wie gesagt eine ganz kleine insel und ich habe so das gefühl dass so so durch vielleicht auch social media dass ich so so aufmerksam auf lanza rote vielleicht auf die insel auch gemacht habe die haben mich angeschrieben auch deutsche die dann der urlaub gemacht haben hier war cool ich habe da ein bild von dir gesehen kannst mir sagen wo warst du denn da und ich unterstütze da noch gerne und sag hier fahr mal dahin und fahr mal dahin und so die das letzte mal habe ich gesehen es gibt da wirklich sehr junge leute junge jungs die habe ich auch gesehen die dann irgendwie in der dämmerung irgendwo da gemalt haben bin dran vorbeigefahren die haben dann scheiß drauf gegeben dass da jemand sie beobachtet und habe nachher auch gesehen okay die die tonen da richtig auf der insel rum wie die beeinflusst wurden ob die von mir beeinflusst wurden oder was auch immer was da war das ist dann schon interessant zu sehen was auf der insel dann passiert oder passiert ist spannend also ich kenne mich da nicht aus ich weiß nicht was darf schon an szene gab oder was da historisch schon vorhanden war jetzt sozusagen aber das kennt man ja aus der graffiti historie dass ebenso oldschool legenden teilweise dann durch ihre reisen ich denke jetzt mal nur an lumit oder so der war ja viel im asien unterwegs in den frühen neunzigern und nachtzigern glaube der hat da tatsächlich seinen stempel aufgedrückt also viele haben da erst angefangen durch diese motivation da kommt einer und bürnt da einen auf das wusste ich zum beispiel gar nicht dass das dass er da so teilweise auch die ersten trains da gemalt in den systemen also ich glaube mal das kann man gar nicht unterschätzen oder andersrum das darf man glaube ich gar nicht unterschätzen dass so ein direkter kontakt noch noch mal mehr auslöst als jetzt medialer kontakt also es müssen also wenn sie wenn leute jetzt irgendwie ein buch in die hand bekommen oder so dann ist das natürlich schon geil und oder jetzt heutzutage durchs internet ist ja easy ne aber ich glaube der impact ist ein ganz ganz anderer wenn du siehst ey da hat jetzt einer ein bild gemalt und weil da quasi die augen raus ne wenn du so ein burner halt mal in echt siehst mit einem drum und dran schon noch mal ganz ganz andere hausnummer definitiv also also dieses social media ding ist auf jeden fall gut für überhaupt den kontakt herstellen ja aber das gefühl oder das ganze ganze drumherum das kannst du nur in echt erleben das ist einfach so muss auch ehrlich sagen wenn wenn ich mir jetzt deinen account anschauen und du pflegst den ja gut machst ja viel bist du auch wie gesagt multimedial im sinne von machst videos post ist deine pieces details und so weiter und so fort so ein so eine briefmarke ne auf insta wird dem halt überhaupt nicht gerecht also wenn man deine bilder in echt sieht dann sind es halt so schlachtschiffe die da irgendwie auf der wand hängen schon irgendwie schade ne eigentlich dass man da überhaupt keine keine kein feeling keine wie gesagt keine gänsehaut mehr so richtig auslösen kann obwohl du da ja dir einen arsch für aufreist seit 20 jahren ja ich weiß auch gar nicht ob das jetzt wenn das bild im magazin wäre das dann was anderes auslösen würde also ich glaube dieses vor ort sehen und wichtig ist sehr sehr wichtig auf jeden fall ich habe es gerade schon gesagt du bist sehr vielseitig du machst unter anderem auch leinwände also arbeiten auf leinwand und teilweise auch großformatige sehr sehr aufwendige skizzen kann man sich natürlich fragen warum gibst du dir quasi diese mühe könntest du in der zwischenzeit ja auch eine wand malen warum wurde das für dich so ein output also so ein outlet eher also warum hat es so einen stellenwert für dich sagen der stellenwert der der war früher nicht so hoch der kam auch wieder durch durch den durch die pandemie dass ich quasi wieder an schreibtisch geprügelt wurde so das hat auf jeden fall einen impact gehabt ich habe früher schon leinwände gemalt wir haben damals auch ich glaube es war 2003 oder so in die richtung also ich habe schon immer leinwände gemalt auch ein bisschen airbrush damals benutzt wir haben auch eine ausstellung gemacht ein zwei stück und dann ist das wieder eingeschlafen und dann kam das wieder hoch quasi anfang 2020 man kann auch nicht sagen dass ich irgendwie aufgehört habe in den letzten jahren also es hat sich nur verschoben und dann massiv massiv auf leinwand und auf papier was würdest du sagen wie viel leinwände hast du da so produziert im jahr also der eindruck ist dass es sehr sehr viel ist aber tatsächlich ist es überschaubar also da die sehr aufwendig sind ja ist das auch sehr sehr zeitintensiv tatsächlich deswegen schaffst du ja du schaffst an dem wochenende nicht irgendwie ich will auch gar nicht in große produktion gehen sondern es muss meinem anspruch irgendwo gerecht werden und warum ist das so detailliert das hat was mit perfektionismus vielleicht oder einfach nicht aufhören können nicht aufhören können da muss irgendwas noch rein und ach komm mach doch hier noch mal was und und deswegen sind die wahrscheinlich auch so detailliert okay ich kann jetzt gar nicht sagen wie viel das waren es waren auf jeden fall so viele dass du dann bei ausstellungen teilnehmen konntest unter anderem warst du bei der unframed dabei genau jetzt mal eine wirklich sehr wichtige frage an der stelle hattest du das gefühl dass du mit so einer leinwand im style drauf dass du da einem guten setting warst also ist es was wo du wo du gut wahrgenommen wurdest also von von meiner sicht aus glaube ich nicht also ich glaube dass also es ist die erste auch schon die war 2018 vielleicht sollten wir den leuten noch mal sagen was die unframed ist genau sie unframed war oder ist eine eine ausstellung reihe in in herlen in niederlande und der veranstalter hat ja ich sag mal renommierte writer aus aller welt dort eingeladen um ihre werke dort auszustellen ja und durch durch connections nach nach aachen also zur grenze in den niederlande bin ich auch gefragt worden ob ich dort mitmachen kann oder möchte und da wurde auch speedart ausgestellt ne nicht wirklich schon es war schon klassisch writing also writing wobei jeder künstler natürlich frei war in dem ja wasser was er machen kann oder machen möchte deswegen mir wurde auch alles freigestellt damals habe ich eine wand bekommen habe da leinwände hingehängt und habe dann quasi ein style gemalt über die ganze wand und habe die leinwände integriert das war auch für mich irgendwie neu ich weiß noch nash war dabei der der hat mir so ein bisschen hat mir so ein paar tipps gegeben am ende es gab tatsächlich eine anfrage aus uns der wollte dann auch eine leinwand haben dort habe ich nichts verkauft aber aber ich sag mal so das war schon so ein kleiner schritt okay du machst jetzt nicht einfach nur buchstaben auf die leinwand sondern du machst ein teil nur darf man nur ein ausschnitt so ein detail vom style vom buchstaben das war so der start das war einfach wusste nicht was ich tat ich habe es einfach gemacht also ich höre jetzt raus dass du diese leinwand arbeiten sowieso gemacht hättest weil du einfach bock drauf hast du hast nicht darauf abgezielt jetzt in den kunstmarkt damit reinzukommen oder verkäufe zu erzielen das war jetzt nicht für dich die grundmotivation überhaupt nicht also das wäre natürlich gut gewesen was zu verkaufen oder ja ich sag mal jetzt in den letzten jahren hat sich das dann in eine andere richtung in eine positive richtung auch entwickelt ja aber das war einfach hey ich bin dabei ich werde gesehen das war so der ansporn vielleicht auch ja und mal gucken was passiert ich habe mir da mir da wirklich zwei drei tage zeit genommen und habe da einfach auf los gemalt okay aber dass ich jetzt daraufhin irgendwie in den kunstmarkt rein wollte das war es das war es nicht gibt es leute in dem bereich den wir da jetzt auch bespielen und den du bespielst wo du sagst die machen das richtig gut also da kommt quasi so leinwand malerei und stylewriting zusammen und das ist eine richtig runde nummer weißt du also wo man sagt das ist auch so als kunstwerk funktioniert das im galerie kontext es gibt natürlich so so bates zum beispiel ja der klassisch da einfach drin steckt in dem markt ja ich sag mal so die wenn ich so ein rhyme zum beispiel von der msk sehe der der ja der der total verrückte sachen macht gerade da hat sich ja vom style schon gelöst der hat sich vom style gelöst ich denke gerade an akte auch ja mit denen zusammen weil da hast du ja trotzdem noch styles aber so eine art von freier komposition wie das oft arrangiert wird finde ich finde es nicht einfach da so ein so ein mix hinzubekommen so dass du auf der einen seite dein ding machst so wie du es wahrscheinlich auf der wand auch malen würdest aber trotzdem hat es diesen kompositorischen ansatz den man von einem freien kunstwerk auf einer leinwand erwarten würde ich glaube dass also was ist das ziel wenn du wenn du ein style auf die leinwand macht der eine sagt das geht gar nicht das ist das passt nicht das das muss auf die straße das muss raus ja wenn man das kombiniert also geh natürlich auf die straße und und mach da draußen natürlich auch viel ja ich weiß nicht wo das problem ist warum sollte es nicht auf eine leinwand ja es ist in einem rahmen irgendwo aber es kann auch ausbrechen es gibt leute die haben da richtig bock drauf die wollen sich sowas auch an die wand hängen das sind dann leute die sich wirklich mit mit style auch auseinandersetzen glaube ich oder vielleicht auch fans davon sind in den kunstmarkt glaube ich ist schwierig so ein teil einfach an die galerie zu hängen vielleicht entwickelt sich das mal dahin ich glaube schon lustigerweise war ich vor ein paar tagen erst in hamburg in der ausstellung eine stadt wird bunt und in der ausstellung ist viel zu sehen aber unter anderem graffiti bilder also styles auf holzplatten gemalt also nicht leinwand sondern holzplatte 1992 und die wurden quasi jetzt wieder gefunden und freigelegt und da aufgehängt und sind wir mal ehrlich wie viele bilder gibt es denn noch von 1992 die man sich anschauen kann also streng genommen ist es auch eine form wie man stylewriting festhalten kann für eine epoche richtig und ich glaube da da steckt auch irgendwie ein bisschen ist nicht ob man von verantwortung sprechen kann aber ich finde es schon cool ehrlich gesagt wenn wenn man als als writer neben dem output der sowieso passiert auf diversen medien ja klar von was wir da sprechen dass man irgendwas hat was halt was auch mal permanent ist oder lange hält richtig und wenn ich mir überlege dass das jemand von mir dass sich ein zwick style abgekauft hat eine leinwand gekauft hat er sagt ja ich hab richtig bock hey cool ich mach dir eine zwick leinwand und die hängt bei ihm zu hause und die wird dann auch nicht weggeschmissen die wird da werden umzüge gemacht dass das der style wird mitgenommen mehr da gibt es eine geschichte dahinter für die person die 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 leinwand gekauft hat quasi und und ja das ist halt so dass wirst du nie erfahren was damit passiert aber aber es wird irgendwo konserviert da hast du recht ja ich glaube das ist etwas was wir noch überhaupt nicht überreißen dass wir für diese epoche in der wir jetzt leben für die für diese phase des stylewritings die wir jetzt repräsentieren dass es dafür eigentlich noch überhaupt keine geschichtsschreibung gibt geschweige denn eine konservierung oder weißt du eine museale betrachtung gibt es einfach nicht und leinwände sind halt eventuell so ein brücken medium und 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 ist ja auch immer die frage das was du da machst ist das kunst weiß ich nicht gut das graffitti das ist das kunst ist halt ein weites feld aber für uns ist es natürlich kunst und vor allem etwas was was unseren alltag oder unsere gedanken ständig beschäftigt ja ist spannend auf jeden also ich würde auch gerne noch mehr sehen also ich bin bin da jedes mal freue ich mich wenn ich was von dir sehe auf leinwand bin auch den kunstprozess wie du es machst wenn ich ziemlich cool weil du gehst nicht ganz so steif ran dass du jetzt irgendwie maskiert abklebst wie blöde sondern du machst es ja teilweise freihand dass du freihand die fillings anlegst und dann kommen natürlich die outlines noch mal on top und irgendwie kratzt du das dann halt so weg was so was da noch an an overspray da ist ziemlich cool ist tatsächlich also ich vergleiche das mit mit einem bild an der wand outlines ziehen also den sketch ziehen ja ausfüllen outlines und attacke der fairness halber muss man natürlich erwähnen dass es noch andere leute gibt die eine ähnliche canvas praxis haben ich denke da zum beispiel an an casey zum beispiel also k a i s y wie spricht man aus ich würde auch casey sagen casey der der wirklich auch wahnsinnig geile styles kickt und so aber bei dem zum beispiel habe ich gesehen der klebt ja auch ab ne also das wird maskiert quasi das fill in ja ich bin auch immer neugierig wie er es macht es eine technischere herangehensweise irgendwie aber es macht es natürlich also ich könnte mir vorstellen dass es dadurch ja auch noch mal länger dauert und weniger spontan passiert ja man sieht das also man sieht dass das 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 fill in das muss abgeklebt worden sein man sieht diese diese kante ja man sieht die kann die 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 in layer von der farbe ja im vergleich zur leinwand also anscheinend ist ja der airbrush als als objekt oder als instrument jetzt schon sehr sehr präsent in im stylewriting bereich zumindest wenn es um canvas geht um leinwand arbeiten was nimmst du da für farben also vielleicht kannst du auch mal ein tipp rausgeben an an youngster da draußen die bock drauf haben vielleicht sich da inspirieren zu lassen was nimmst du dafür farben beim sprühen ja also ich starte in der regel dass ich damit dass ich die leinwand mit mit ganz normalem sprühlack fundiere ich lasse sie eigentlich nie einfach nur weiß das hat den hintergrund weil wenn du wenn du mit lack erstmal grundiert ist die oberfläche glatter du hast du du hast eine glattere oberfläche dadurch und dann sind die nächsten materialien einfach akryl nach dem grundieren nämlich dann klassische akrylfarben da gibt es ja diverse hersteller flüssige acrylfarben wie also stifte ich nehme nachfüll acryl flaschen die du dann in die erberspistole einfach reinkippen kannst muss nicht wirklich mit wasser verdünnen kannst einfach drauf loslegen ja also auf wasser basierte acrylfarben manchmal mixe ich auch ja künstler acrylfarben dazu also wenn ich mit pinsel oder mit mit spachtel ein bisschen was drauf packe aber ja acryl und dann wird es wird es nachher versiegelt nimmst du da für die grundierung so nitro farben oder diese wasser basierten sprüh farben die so ein bisschen matter sind nitro also ganz normal ganz normale cans ja so würde ich zum beispiel jetzt auch machen diese acryl basierten oder wasser basierten sprüh farben sind halt sehr sehr matt ich glaube das ist nicht schlecht dann glänzen die leinwände halt nicht wobei das wieder was ist was man über so ein klarlack im griff kriegt ne am ende den griff bekommt oder versaut eins von beiden also da habe ich auch schon negative erfahrungen gemacht dass ich klarlack draufgepackt habe und dann gab es überall das hat was damit zu tun wahrscheinlich so was steckt dahinter hinter der was ist da drin in der farbe ja dann musst du auch wieder ausprobieren also viel passiert einfach durch ausprobieren und machen so schon mal versucht mit pinsel zu malen also mit pinsel aus zu outline wenn es erstaunlich viele das mittlerweile machen ja weiß ich auch dass das gibt so leute die das machen aber weiß ich nicht da muss immer aufpassen dass es nicht zu dick zu dünn wird beim stift hast du immer geradlinige outlines oder wenn du es wenn du es grundierst also wenn du es versiegelst will ich damit sagen dann ist ja die uv stabilität auch deutlich höher also ich habe leinwände noch daheim beziehungsweise in meinem lager habe ich 2002 gemalt oder so oder 2005 und da habe ich dann teilweise mit acryl markern gemalt die sind schon hart ausgeglichen wenn man sie nicht wenn sie nicht versiegelt gehen dann schon flöten die farben ja da werden wir sehen was auch in der zukunft dann ja mit den bildern passiert spannend so jetzt kommen wir so ein bisschen zum letzten block unserer fragen was meinst du wo entwickelt sich star writing hin weil du siehst ja viel ist wir sind ja jetzt einfach in einer zeit wo es gefühlt alles gibt ne meinst du es wird wo ist die glaskugel ja meinst du es wird mehr oder was wird es weniger werden also wird sind wir gerade in so einem trend dass es immer mehr wird oder wird sich das wieder herunter reduzieren du meinst die anzahl der 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 writer der sprüher der künstler ja und auch der styles also die vielfältigkeit ja doch ich glaube es wird eine entwicklung geben ja es wird definitiv eine weiterentwicklung geben was da kommt wissen wir nicht aber ich vermute dass diese diese künstliche intelligenz die wird irgendwas verursachen die wird irgendwas neues erschaffen ja also ich habe so das gefühl man die frage habe ich ja dir jetzt gestellt aber ich würde trotzdem an der stelle mein meine vermutung gerne äußern ich habe so das gefühl es wird immer abstrakter ich glaube es trennt irgendwie habe so das gefühl es trennt sich gerade so ein bisschen auf man hat es auf der einen seite so die verfechter einer einer epoche die eben durch dieses hip hop funky graffiti geprägt waren da würde ich wenn ich ehrlich bin auch so anti style mit dazunehmen weil am ende des tages ist ist ja auch früh 70er graffiti als grundlage und auf der anderen seite hat man dann so künstlerische ansätze wo man immer mehr davon einfach aufgibt und und eigentlich mehr nur noch so ein gefühl davon vermittelt es ist mit sprühdose gemalt es hat irgendwie noch diesen style writing background aber am ende ist es einfach kunst gefühlt also das ist sowas was ich halt einfach stark sehe und ich kann es gar nicht bewerten ich finde es super dass es so viel gibt aber ich glaube schon dass so klassische style writing hat es schwer glaube ich also ich glaube das ist so ein bisschen outdated gefühlt ja und da ist mir die frage wie man damit also wie man damit umgeht ob man sich weiterentwickeln möchte ob man auch ausbrechen möchte wo siehst du dich so in fünf jahren also jetzt ehrlich gemeint also wo siehst du dein style in fünf jahren ich habe übrigens ein bild rausgesucht was du vor zehn jahren gepostet hast also ich zeige es dir jetzt mal ich zeige es dir jetzt mal sehr schön dass wir uns gegenüber sitzen und wenn du dir das bild anschaust was würdest du sagen was hat sich da für dich am meisten verändert das bild ist nicht ganz zehn jahre alt ist ein bisschen jünger ist neun jahre und 360 tage alt oder so aber wenn du das anschaust was würdest du sagen wo wo hat sich da maßgeblich was verändert also ich muss sagen wenn ich das bild sehe kommt vieles wieder hoch und ich muss sagen damals als ich das bild gemeint habe da waren sind schon ansätze dabei die ich heute immer noch verfolge wie hat es das weiterentwickelt also vielleicht ist der eine oder andere part vielleicht ein bisschen konfus damals gewesen einfach einfach nicht überlegt und ich glaube diese dieses noch mal in sich zu kehren und noch mal irgendwie zu analysieren was machst du denn da und nicht so einfach ne überhaupt nicht aber ich war tatsächlich überrascht wie gut das schon war was du vor zehn jahren gemalt hast ja danke ja also ich möchte meine bilder von vor zehn jahren gar nicht mehr anschauen wenn ich ehrlich bin aber ich finde schon dass es sehr konstant ist wie du dich da entwickelt hast es ist jetzt nicht komplett anders also so disruptiv ist es nicht was du jetzt malst aber es schon also so so viel anders ist nicht also die der aufbau an sich ist ähnlich nur heute vielleicht ein bisschen strukturierter okay kann ich mit leben okay also jetzt kommen wir zum letzten aspekt was bedeuten crews für dich heutzutage also du bist ja in wirklich sehr sehr wichtigen crews ich brauche da nur ein paar zu nennen bandits bis bei dfe crew dabei ocb große namen was bedeutet das würde ich heute also ist so dass das ich ja sehr stolz darauf bin in den von den genannten crews mitglied zu sein und in der crew zu sein grundsätzlich ist auch auch sehr wichtig finde ich weil es motivation gibt und der austausch ist auch immer sehr wichtig aktueller stand ist tatsächlich dass wir wenig kontakt haben heißt aber auch wenn wir kontakt haben und uns treffen dann ist die stimmung immer sehr gut da findet ein reger austausch statt wir machen zusammen eine schöne wand erzählen uns lustige geschichten und haben eine gute zeit aber aber ich sag mal so jeder jeder hat ja so seine entwicklung auch privat und und tatsächlich ist auch der 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 abstand so so roll also von der von der von der ortschaft her also ich habe nicht alle hier vor ort und man muss wirklich einen termin machen sag ich mal um sich zu treffen und das ist bei vielen leuten dann hier und da ein problem vielleicht also ein problem von der zeit her alle zusammen das ist total ja auf kann ich total nachvollziehen also ich meine gerade wenn man voll berufstätig ist und wollen termin kalender hat dann muss man sich sowas ja ganz ganz bewusst vornehmen und ich wünsche mir dass wir da wieder ein stückchen mehr zusammenkommen und ja als team dann auch auch wieder produktiv sein werden kurz auf thema ziele pläne visionen also gibt es irgendwas was bei dir demnächst ansteht irgendwelche projekte konkret nicht wirklich steht auf jeden fall wie gesagt wieder eine rundreise an richtung usa ich habe im keller noch einige bohlein wände stehen die werde ich demnächst mal anpacken versuche da mal so ein bisschen ja künstlerisch zu werden was auch immer das bedeutet ich glaube es wird noch mal eine ausstellung geben und wie das immer so war in der vergangenheit es entwickelt sich es passiert immer irgendwas und wir werden sehen was ich bin sehr neugierig auf die zukunft so wir sind auch ganz schön neugierig und zwar darauf was dir so auf unsere one liner einfällt die wir uns für dich überlegt haben lieber twig und zwar würden wir gerne von dir wissen was ist denn für dich das schlimmste an graffiti die arbeit und jetzt stell dir mal vor du bekommst deine eigene sprühdosen farbe was wäre das wie würdest du die nennen der größte einfluss für meinen graffiti style war alles um mich herum looney tunes oder marvel heroes marvel das gefühl wenn man beim malen so eine richtig perfekte outline zieht das ist vergleichbar mit wie mit einem orgasmus 3d blöcke oder schatten 3d blöcke kölsch oder jäber kölsch leckeres kölsch adrenalin oder ein tag an der hall adrenalin dann was ist die beste zwei farben kombi aller zeiten chrom schwarz okay und anti style ist in deinen augen eine bereicherung writer sind die besseren punkt 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 picker dann stell dir mal vor du hättest eine zeitmaschine und könntest zu irgendeinem punkt in einer vergangenheit zurück reisen was wäre das oder wann wäre das ich würde ganz ehrlich noch mal zurückspulen wollen komplett zum anfang mit dem wissen von heute und jetzt noch mal kurz die fantasie ansträngen stell dir vor du hättest eine super power welche wäre das denn unsichtbar sein und was würdest du damit machen wie man trains malen okay der schlechteste film aller zeiten ist scary movie und zum abschluss noch unsere klassiker frage für dich mein freund stell dir mal vor graffiti wäre ein gericht also ein essen was wäre das dann currywurst mit pommes und mayo ja und was wäre dann street art wahrscheinlich eine beilage gemüse oder kartoffeln kann man machen muss man nicht it's the twiggety twig oh yeah was sagst du sehr entspannter typ ich weiß nicht ob es an der nordluft liegt an dem meeresflavor da oben im norden aber war ein sehr schönes laidback gespräch ich habe sehr gebannt zugehört du weißt es ja ich habe mich auch schon lange drauf gefreut dass wir den herren bei uns zu gast haben habe auch immer wieder mal genervt wann wir das denn realisieren können hat mich sehr gefreut dass das jetzt zum ende der dritten staffel noch geklappt hat auf jeden fall denn ich verfolge ja hart was der mann macht so auf jeden fall und ich habe das gefühl er ballert ja quasi fast fast jeden tag so eine insta story mit so einem mit so einer leinwand in the making raus ja voll wie viele hat er denn da rumstehen gehabt ganzes zimmer voll wahrscheinlich ja ich habe es nicht gesehen ich war jetzt nicht in seinem studio oder so deswegen kann ich es gar nicht beurteilen aber ich glaube er hat schon einiges produziert es wirkt wenn man seinen output da im social media verfolgt so als würde er deutlich mehr noch machen aber du ganz ehrlich also ich bin sowieso die arbeitsethik schon ziemlich beeindruckend dafür dass er ja im hauptberuf was komplett anderes macht und jetzt nicht da mit seinem graffiti irgendwie hauptsächlich geld verdient fand ich schon sehr sehr beeindruckend und ja eigentlich ist er ja gar kein so ein richtiges nordlicht er ist ja eigentlich so ein sagt man rheinländer sagt man das da wie nennt ihr euch denn da in köln ist das ist das rheinland schon oder auf jeden fall ja klar und von dem her von dem her er bringt da schon so ein bisschen glaube ich den flavor von da auch mit und kombiniert mit der arbeitsethik und arbeitsmoral der anseaten gepaart und dann daher so ein hochleistungsprodukt bei raus vor der man echt nur den hut ziehen kann wie du schon sagst wenn das überhaupt nicht seine arbeit ist das muss man erst mal wuppen so konsequent über die jahre so ein output zu haben neben der arbeit denn er hat es ja auch gesagt da gibt es tage wo man einfach völlig fertig nach hause kommt vom malen dass auf die leiter klettern selbst bei so einer kleinen tritt hinterlässt auf jeden fall auch spuren an den muskeln und es sind ja nun wirklich keine kleinen kleinen dinger die er da mal sondern wie ich glaube du hast es ganz ganz schön beschrieben das sind schon echte schlachtschiffe die er an die wand ballert die dinge absolut also seine entwicklung jetzt tatsächlich über die letzten 15 16 jahre oder so und intensiver verfolgt weil ich ihn da 2007 ja auch kennengelernt hatte und dann hat mich das nicht mehr so richtig losgelassen habe immer wieder angeguckt was er so treibt und ich muss sagen es war von anfang an war das schon so dass sein graffiti der wie habe ich es genannt kompakt der beeindruckung sehr wild war und so als ich fand es von anfang an schon sehr sehr geil aber ich finde den sprung den er jetzt in den letzten jahren gemacht hat ist noch mal noch mal deutlicher deutlicher schritt hin zu so einer perfektion die fast schon ein bisschen scary ist so weiß ich meine also so schon echt krass absolut vor allem wenn man bedenkt dass er wir ja im interview uns erzählt hat erstmal so ein ding echt in ein paar stunden da an die wand ballert wo andere leute wahrscheinlich doppelt so lange brauchen und vor allem dass dann auch teilweise ohne oder sehr häufig auch ohne sketch macht freestyle ja da ist mir auch so ein bisschen die kinnlade runter klappt das hätte ich auf jeden fall nicht natürlich ist er im training aber hey ohne witz ich meine das ist jetzt nach der jeru folge glaube ich war wieder so ein punkt wo meine synapsen irgendwie so ein bisschen hyperventilieren weil ich mir denke es kann doch gar nicht sein also das wirkt überhaupt nicht so als ob er da nicht mit einem totalen plan an die sache herangeht ja und an der stelle mal wieder ein beweis dafür dass wenn man sag ich mal so eine kombination mitbringt aus echt wahnsinnig viel praxis er macht halt einfach wahnsinnig viel gepaart mit er scheißt sich auch irgendwie nix ne er macht einfach so was was ihm aus dem bauch rauskommt dann dann kriegt man wahrscheinlich auch genau so ein paket also ich finde das ist einfach durchziehen machen kontinuität also tatsächlich ne kann man sich scheibe abschneiden irgendwie aber ich weiß auch nicht also ich fand ich fand diese diese leichtigkeit wieder und dieses wenig zerdenkende element bei ihm fand ich schon der hervorhebenswelt wenn ich ehrlich bin absolut und ich meine klar jeder malt wahrscheinlich auch mal ohne sketch freestyle das ist ja auch geil wenn du dann schön entspannt so ein halltag hast aber bei mir wäre das eher ich müsste da um zehn uhr morgens am start sein und das muss sommer sein und richtig lange hält damit ich da acht stunden zeit habe damit man so ein buchstaben auch fünfmal wegstreichen kann wenn einem dann der swing nicht gefällt also noch mal in der zeit in der das dann auch das auf jeden fall sehr respektabel ist noch ein punkt im interview wo du sagst war für dich was überraschendes oder das hat dich zum nachdenken gebracht dass man muss sich ein bisschen schmunzeln also meinte seine sein farbschema ist eigentlich eher so pink lastig weil immer wenn ich den namen twig höre habe ich sofort einen blauen style so mit so einem blauen fill in vor augen immer schockblau also benutzt ja natürlich auch viel ich habe mir jetzt direkt nach dem interview noch mal ein paar fotos von ihm angeguckt auf unserer blog page übrigens alle hörer innen da draußen ihr wisst bescheid www.wdl.rocks da gibt es die ganze gallery und die playlist zu der wir vielleicht auch noch gleich ein bisschen kommen fahrt euch das auf jeden fall rein hat uns ja echt einen berg fotos gegeben sehr nice und wo wir schon dabei sind was auch richtig nice ist der gute twig hat uns einen print für euch da draußen zur verlosung mitgegeben wie immer bei unseren verlosungen gilt natürlich schnell sein die läuft nur ein paar wochen nachdem der podcast erschienen ist also ganz schnell auf unsere blog page gehen und am besten mitmachen ist ein wunderschöner handsignierter fresher print richtig schön groß ich glaube so ja 40 mal 50 zentimeter würde ich schätzen und ja holt euch das ding und vielleicht haben ein paar unserer hörer innen da draußen ja jetzt auch bock bekommen sich mit mal ein paar anderen arbeitsmaterialien einzudecken als der liebe twig da mal so ein bisschen aus dem technischen nähkästchen geplaudert hat ich fand das sehr spannend und ich habe sehr gefeiert dass seine lieblings cap diese schwarze belton skinny pro ist ich mag die auch total gerne und ich weiß noch eine zeit lang gab sie nicht habe ich immer rumgeguckt wurden als es dann in dedicated bei babak endlich wieder welche gab bin ich sofort hinten hat mir ein riesen pack gekauft und ich weiß was er meint die haben die ein bisschen in der form geändert das habe ich mir auch schon gedacht irgendwie sind das nicht mehr die von früher aber ich finde die immer noch geil bisschen banana mäßig und so vielleicht an der stelle so ein kleiner wissenseinschub ich habe mich ja im rahmen der what about spray cans folge zu der ich natürlich auch noch mal einladen möchte er es noch nicht gerne mal reinhören leute bitte mal reinhören da ging es letzten endes auch so ein bisschen um spray caps in den gesprächen die ich da geführt habe und es ist so dass eben diese werkzeuge die da gebaut werden um brücke zu produzieren also diese sagt man da formen letzten endes wo dann auch die caps gegossen werden die haben natürlich auch eine lebensdauer das heißt du kannst die natürlich auch nur eine bestimmte anzahl an produktionsserien benutzen und dann sind die halt kaputt das heißt irgendwann hast du diesen lebenszyklus erreicht und dann ist die form im arsch und dann wird die halt nach produziert oder halt auch nicht das ist der grund warum bestimmte caps dann gar nicht mehr akzeptieren oder oder warum dann so varianten entstehen oder warum es dann vielleicht irgendwie mal noch eine änderung gibt so wurde es mir zumindest erklärt und es ist natürlich dann auch so ein bisschen traurig und es versteht also an der stelle versteht man natürlich dann auch warum so profis im game sich dann teilweise so caps halt auf vorrat kaufen ohne ende damit sie nicht die gefahr irgendwo am horizont wahrnehmen was passiert eigentlich wenn meine cap nicht mehr existent ist ich denke da mal nur an die momentan in die level eins ne die grüne level eins dies ja glaube ich mittlerweile auch so ein mega standard geworden wenn die mal ausläuft dann gibt es glaube ich wirklich ein tal der tränen weißt du was weiß was ich meine ja auf jeden fall schreibt mich auch was passiert wenn es wirklich irgendwann gott bewahre der tag kommt dass sprühdosen nicht mehr produziert werden meinst du was dann los ist wie sich alle eindecken und den keller voll stacken mit allem was sie noch in die finger kriegen gab es das jetzt nicht bei den tattoo farben irgendwie dass da irgendwie da gab es doch so eine verordnung und dann also auch echt genau da wurden auch farben verboten weil die inhaltsstoffe meine ich in der eu als giftig eingeordnet wurden und nicht mehr verkauft werden dürfen dass jetzt hier leiden wissen dass ich von mir gebe da müsste ich mich noch mal einlesen aber ich meine so in der richtung war das ne kennen einige freunde die tattoo läden haben die dann auf jeden fall auch ja petitionen gestartet haben und alle ganz schön gucken mussten erst mal wie es weiter ja voll ja generell ist glaube ich technik so ein element was sich durch durch tricks schaffen zieht und da sind wir auch ein paar mal drauf eingegangen ob das jetzt eben die sprühdosen sind ob das die art und weise ist ihr da malt und ja auch der prozess und so ich glaube das ein ganz elementarer punkt warum seine bilder halt zu wirken wie sie wirken und ich meine stelle mir jetzt mal vor wenn man so überhaupt nichts auf technik gibt und so eher so ein rotziges bild fortbiet ich glaube dann wird es halt schwierig ich glaube dann das trick so komplett am anderen ende der der fahnen stange oder aber ist ja okay können ja kann ja beides schön nebeneinander koexistieren ich habe mich dann trotzdem gefragt glaubst du dass der grund warum er technisch einfach auch so versiert ist liegt das womöglich auch ein bisschen daran dass er das heißt jetzt mal in anführungszeichen auf spava dosen gelernt hat auch spava dosen da kam mir so ein bisschen direkt so das bild im kopf wie ich mir meinen ersten plattenspieler gekauft habe zum auflegen keinem plan mit mit 14 oder so und der hatte noch einen riemen antrieb und und dann so diese technics nachbauten und wir hatten halt keine technics weil wir uns die nicht leisten konnten mit dem geilen was hattet ihr geminis oder ja irgendwelchen schrott und tanassi mein alter dj damals ist meiner rap band hat mit den dingern aber irgendwann gekattet als werner technics und also sich dann jahre später die echten geholt hat da war alles zu spät und er hat dann immer gesagt ey weißt du wenn du auf den schrott dinger lernst bist du auf gutem material halt der king na da ist schon was dran auf jeden fall übrigens spava wenn ich die augen jetzt feste zu machen und ich überlegen ich denke noch mal so ans bar war dann kommt mir ein moment in den sinn da stehen wir bei dir glaube ich im hof und dann kam eine bestellung von ben wir haben damals spava gemeinsam bestellt ich weiß gar nicht für was das war vielleicht was für ein auftrag ich habe keine ahnung mehr und dann machen wir die kisten auf und dieser geruch von den spa wars ich rieche ihn regelrecht wie wir die kisten aufmachen ja und dann sind da irgendwie better times drin und weißt du geile blau und also da kommen schon emotionen hoch und ich finde weiß jetzt nicht ob das jetzt jüngere zuhörerinnen und hörer halt auch so nachfühlen können aber für mich ist das schon immer wieder so eine reise zurück wenn ich da an die in die späten 90er oder mitte 90er denke und jemand da halt mit dem was man hatte letzten endes trotzdem happy war und und alles war so ein kleines abenteuer ich weiß nicht ich feiere das jedes mal also ist für mich einfach immer so ein emotionaler ausflug back in the days es ist ja auch so dass das gerüche einfach ganz krass im hirn gespeichert werden und auf jeden fall so erinnerungen auslösen und einen triggern können genauso wie geräusche da sind wir auch ein bisschen beim asmr über das ihr ja gesprochen habt der begriff ist mir witzigerweise auch hast du richtig vor ein paar wochen untergekommen ich konnte da vorher auch lange nichts mit anfangen er hatte zwar so ein bisschen angerissen aber vielleicht noch mal für unsere hörer innen da draußen ist ja wie soll man das beschreiben wenn es darum geht so mit sinnesreizen eine bestimmte körper körper reaktion auszulösen würde ich mal sagen was heißt autonomes sensory meridian response genau das war es meridian response unabhängige sensorische meridian reaktion jetzt ja wirklich eine richtige szene diese oft geräusch videos und ich verstehe das auch denn wenn ich mir so clips angucke in denen writer oder writerin so graffiti leinwände malen so wenn dann der lackstift so über die bei den leinwandstoff kratzt und so bin ich auch direkt drin da rieche ich fast den sprühlack und die airbrush dunst in der nase und man hättest du dir das jemals denken können dass wir irgendwann da sitzen einen after talk für einen podcast machen und uns darüber austauschen was für beruhigende gefühle stifte auslösen können die über eine leinwand kratzen also ich finde es schon ziemlich absurd wo graffiti gelandet ist irgendwie und was für eine große aber spannende welt wird auch haben aber klar ich meine das sind geräusche die ein jahre jahrzehnte bei etwas begleiten was man total lieb wo man sein herzblut reinsteckt und die verknüpft das gehör natürlich damit und dann kann man sich da ganz schnell wieder in diesen main state versetzen was mich auch zurückversetzt hat war die thematik der musik also dass er so mit west coast rap eingestiegen ist und ich weiß gar nicht ob du das weißt aber es war bei mir eigentlich auch so der erste einstieg nach der punk mucke irgendwie naja was war ja punk und dann war ja irgendwie ska und so und reggae und so und was über reggae bin ich dann irgendwie zum soul gekommen und dann kam so der der switch zu west coast beziehungsweise ich glaube damals in der schule ein guter freund von mir der hat halt auch viel viel mtv und viva und so konsumiert und dann waren wir da haben wir da abge ist wieder irgendwie abgehangen bei dem und dann lief halt in einer tour mtv im background und dann war es tatsächlich so dr dre und und was waren damals lunis i got five on it und so das waren so die dinger die mich irgendwie auch schon abgeholt haben aber da war da war ja graffiti noch gar nicht oder style writing war da ja nicht wirklich vorhanden also das war jetzt nicht so ein visueller backdrop bei dieser musik kann man dann tatsächlich eigentlich erst später ja und klar bei mir lief auch johm tv raps und der ganze kram rauf und runter und da lief auch viel east coast rap natürlich aber so ganz am anfang als das bei mir losging hat mich auch der west coast rap so richtig gecatcht erst mal als die erste snoop dog platte rauskam diese ästhetik die da in den videos einfach vermittelt haben mit den klamotten mit den chucks mit den lowriders die so bouncen weißt du da irgendwie im ghetto was aber überall palmen hat und irgendwie trotzdem sunshine und weirder welt vielleicht lag es auch an den filmen die damals rauskamen wahrscheinlich ein bisschen wie menace to society boys in the hood das waren ja so die filme und die haben halt alle an der west coast gespielt genau ich glaube es war popkulturell besser eingebettet ein stück weit für uns vielleicht also ich meine wie gesagt das ist jetzt nur so eine momentaufnahme und dann kam später für mich erst so die ganze east coast rap also sowas wie k res one und so habe ich ja total spät erst entdeckt wenn ich ehrlich bin ich auch definitiv später bei mir war es wirklich als allererstes snoop dog dr dre und ice cube sachen ice cube ice cube auf jeden fall nwa ja man ja und auch diese diese crossover musik die ist ja da letzten endes auch gab so also fans die sowohl elemente aus dem rap hatten als auch aus dem hardcore bereich habe es ja auch viele beispiele dafür ja ist wieder so ein bisschen verschwunden die sparte irgendwie schon wer weiß vielleicht kommt es wieder metal ich weiß nicht wie wir waren so new metal ist auf jeden fall begonnen ja da gab es glaube ich sogar mal ein sampler oder so da waren da waren so so kollabos von bands drauf irgendwie keine ahnung nichts falsches sagen aber ich glaube da auch buddy count drauf so mit weißt du ice tea mit seiner doch recht heavy musik die er da gemacht hat also es war schon eine ganz besondere epoche aber wie gesagt ich habe damals kein graffiti kein style writing da zusammengebracht das kam dann erst wesentlich später auch eben doch eher durch diesen deutsch rap das war dann so als deutsch rap eigentlich in dem fall deutscher hip hop ne also klasse von 95 so und alles was danach kam da wurde das ja so im gesamtpaket verkauft ja aber vorher war das bei mir auch also ich habe mir meine das ging zwar relativ gleich bei mir los mit graffiti aber eben nicht über die mucke parallel dazu dann eher ja voll aber ja musik ist einfach ein ganz wichtiges thema wie er es auch sagt dass das beflügelt ein beim malen ich kann auch schwer ohne musik malen also geht natürlich aber ist ein ganz anderes feeling wenn du eben mucke auf dem ohr hast die dich beflügelt beim ihr habt ja auch schon gesagt auch struktanz eigentlich so an der wand ne und dafür brauchst du natürlich auch ein bisschen mucke ist übrigens tatsächlich jetzt auch eine konstante die wir fast naja sagen wir über alle drei staffeln hinweg haben wir immer wieder folgen hat mir immer wieder talkgäste wo wir auf diesen aspekt der dynamik der körpersprache der körperbewegung kommen sind und ich würde sagen dass als roter faden kann man jetzt auch mal festhalten ich glaube das ist einfach eine wichtige 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 bereicherung im style wenn man musik rhythmus hans mit reinbringt und man sieht es den bildern am ende des tages ja auch an also in so ein richtiges flowiges geiles funky bild ja man das strahlt halt musik raus irgendwie ne und von dem her ist einfach schön zu sehen dass eben auch menschen mit völlig unterschiedlichen hintergründen und sozialisationen trotzdem so dieses dieses element der musik und das element des rhythmuses als wichtige konstante halt festlegen so und sagen gut dass mein style könnte da also quasi ohne dass gar nicht auskommen deswegen finde ich es auch so schön dass wir diese playlist rubrik wenn ich jetzt mal mit dabei haben und ich finde es immer wahnsinnig spannend was unsere interview gäste so auf dem ohr haben wenn sie mal und wenn ich die fotos für unsere blog page bearbeite dann höre ich mir immer die playlist dabei dazu an und habe dann noch mal so ein bisschen anderen zugang stelle mir dann vor wie der künstler die künstlerin da gerade an der wand stand und mit dieser playlist auf dem ohr das bild gemalt hat schöne sache ich frage mich immer wie viele unserer hörer innen da draußen diese playlist überhaupt dingen da könnt ihr uns gerne mal ein feedback geben wie ihr diese playlist zu findet hört ihr euch die eigentlich an ist das was für euch da draußen ich finde die sehr wichtig und habe auch schon einige geile songs gefunden die in meine paint playlist zu ihren weg gefunden haben und die ein bisschen bereichert haben die ich auch teilweise gar nicht auf dem schirm hatte total witzig ich schaue gerade in die playlist rein um lieben twig und ohne witz auf platz sechs bei ihm ist bio hazard und onyx mit judgment night und das ist genau das ist genau dieses lied von dem ich gerade gesprochen habe ich glaube dieser sampler heißt sogar judgment night also wie geil ist das bitte ich habe es wirklich schwöre ich habe vorher nicht reingeguckt geil man also irgendwie habe ich gespürt ja dass es wahrscheinlich auch was war was ihn damals abgeholt hat vielleicht hat uns das einfach alle abgeholt ich habe keine ahnung aber schon cool also das war echt was ganz besonderes ich bin mal gespannt was unsere walls don't lie hörerinnen und hörer dazu sagen wenn sie sich die playlist reinfahren ja ich auch also auch an der stelle gibt uns gerne mal feedback wir freuen uns ja wir freuen uns ja sowieso immer von euch zu lesen zu hören in welcher form auch immer auch wenn man sich persönlich trifft wie er zum beispiel als er b punkt asch getroffen hat fand ich auch geil überhaupt seine ganzen reise stories da bin ich auch ganz schön kleben geblieben ist ja nämlich gar nicht so einfach dann auch kann da irgendwie an start zu bekommen und mit hin zu bekommen je kleiner die insel desto schwieriger wird vor allem im flieger ist dann gar nicht mal so einfach normalerweise sind die dosen verloren also kannst ja nichts mitnehmen dann musst du sie entweder verschenken wenn du vor ort leute kennst und klar leertag dann ist irgendwie mal kurz bescherung für alle anderen oder man tagt die halt leer oder man muss sie halt schweren herzens irgendwo aussetzen ja aber ich finde halt also schon bezeichnen und auch ein wichtiger punkt dass das er da so extrem open-minded ist und da wirklich viele seiner reisen mit graffiti verbindet und leute trifft und sich da dem austausch stellt und ja ich meine das läuft halt gut meistens so aber es kann auch mal sein dass du irgendwie eine erfahrung was wo denkst oh shit hätte ich mir jetzt auch schenken können so also er ist halt extrem offen und ich glaube das sieht man aber wenn bildern auch an dass er sich da dass ich da sehr kompatibel und flexibel zeigt und wie wäre es gesagt dass er sich da auch mal eine kleine ecke schnappt wo eigentlich keine sau malen möchte und dann gibt er da vollgas und so also ich kann es voll nachfühlen da ging auch direkt das kopfkino bei mir los als er das erzählt hat da kommt dann der deutsche writer irgendwie und scheißegal was für was sie ihm für einen spot geben der rock dann das ding in ein paar stunden irgendwie baut alles mit ein so dass er auch noch einen guten shot davon bekommt das unterschätzt man ja auch gerne mal wenn man da irgendwo malt in so einer ungünstigen auf so einer ungünstigen surface irgendwie und dann willst du am ende ein geiles foto machen und dann ja ist da irgendein balken und dann ist da der schatten drauf und keine ahnung muss man auch erstmal ein bisschen gucken vor allem wenn man dann weiter muss man zu hause ist ja noch was anderes kannst du ja vielleicht noch mal hingehen wenn es noch steht aber gerade so unterwegs hast du dann halt auch oft nur den moment um das foto zu machen ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob er das on record erzählt hat aber er war ja auf puerto rico und hat dann da in so einem bei so einem festival gemalt und bin mir jetzt nicht mehr sicher ne also er hat glaube ich irgendwie in acht tagen 16 bilder gemalt oder so krass also völlig eskalativ ne zum teil drei bilder am tag also ich meine er ist halt einfach so eine maschine ist unglaublich ja mega mega spannender künstler mega spannende biografie ich bin sehr froh dass wir die hier so ein bisschen für die ewigkeit konservieren konnten ja ein letzter punkt den ich hier noch auf dem zettel habe über den ich auch noch mal kurz mit dir sinnieren wollte mein freund ist das was du erzählt hast als du in hamburg bei der ausstellung warst und eben diese alten bilder auf auf holzwänden gesehen hast und du gesagt dass 11 wo sieht man denn überhaupt heutzutage noch noch bilder aus den 90ern also in echt echte gemalt nicht das foto keinen druck sondern das echte originalbild und da haben wir es mal wieder es kam zwar ein zweimal schon mal ein podcast bei einem bei dem einen oder anderen gast so ein bisschen vielleicht sind leinwände wirklich das medium dass unsere kunst für die nachwelt und für die jahre und jahrzehnte die noch kommen am besten konserviert denn glaube in unserer what about blackbook folge hatten was auch so ein bisschen selbst die sketches bleichen ja irgendwann so ein bisschen aus und so eine leinwand ist eben die ist halt da dies für immer da jeden fall für sehr lange da und das ist vielleicht etwas was so die super 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 real keeper nicht hören wollen aber immer ehrlich also die bereiche wo sich graffiti am längsten konserviert ist eben auf leinwand im auftragsbereich ja also jetzt mal ganz tapfer sein da draußen klar gibt es viele aufträge die sind immer noch da weil sie an irgendwelche an absurden orte gemalt wurden wie tiefgaragen einfahrten oder in diskotheken oder was weiß ich also das sind so relikte die meistens die jahrzehnte überdauern können ja aber so im öffentlichen raum so im bombing bereich sorry aber da schaut es oft echt mau aus ne also da ist die halbwert zeit leider ich sag's ganz ehrlich ne leider leider ist die sehr sehr kurz oft da verschwinden dann eben akteure völlig von der bildfläche wenn es nicht ordentlich archiviert worden ist und auch das ist ja schon ein problem also wer ist denn wirklich in der lage dinge richtig gut zu archivieren denkt mal an festplatten auch die haben ja eine halbwert zeit denkt mal an cds dvds usb sticks also ich bin mal echt gespannt was in 45 50 jahren noch da ist und den digitalen medien die wir momentan so anhäufen und auch die collection auf der insta page wird nicht für immer sein genau wie die plattform selber wahrscheinlich auch wer weiß das schon also das ist nicht so geil wenn ich ehrlich bin und meines aktiviert halt heutzutage kaum noch einer ordentlich und das war halt in den 80er jahren und in den 90er jahren noch ein bisschen anders weil da hast du eben auf via film fotografiert oder auf negativ die dinge halten dann doch eine ganze spur länge und wenn du es halt digital ordentlich archivieren möchtest dann müsste streng genommen halt irgendwie redundant machen mit mehreren platten oder mit weißt du also sorry aber es macht halt kaum jemand insofern ist am ende des tages gemalter geiler sketch canvas oder sag ich mal eine wand im innenbereich wo du ich zwar bei meinem beispiel guter mein guter freund alex zum beispiel der hat immer noch bei sich zu hause in seinem kinderzimmer einen meiner ersten gesprühten aufträge das ist von 1996 das bild oder anfang 97 würde ich mal schätzen und in regelmäßigen abständen schickt er mir manchmal das foto und ich denke mir so geil ist sogar ist sogar aus immer noch immer noch ganz gut das habe ich damals wird belten ral und hit color gemalt glaube ich und das ist tatsächlich tagelang gestunken haben ja auf jeden fall und das ist tatsächlich auch so ein basierend auf einem cora i zitat und zwar lügen ihr kriegt mich nie habe ich das wort lügen quasi gesprüht also eigentlich also als simpel style wenn ich ehrlich bin aber das bild ist natürlich dann dementsprechend auch ganz gut gealtert weil es eben kein kaum uv strahlung ausgesetzt ist und keiner witterung gut gestrichenen wand also ich sag jetzt mal wenn alle stricke reißen dann bleibt sowas wahrscheinlich noch am ehesten und dem her ich glaube schon dass wir uns da alle vielleicht so ein bisschen locker machen sollten uns überlegen sollten ob wir nicht tatsächlich irgendwie anfangen auch styles und style entwicklung auf leinwand festzuhalten um nur damit man es halt auch archiviert hat und in 25 30 jahren anschauen kann und sagen kann wallack also schon mal wie das damals war wie wo wir herkommen und wenn ich schon cool muss ich ehrlich sagen ich meine die new yorker haben es ja vorgemacht also du kannst dir heute noch dawn die line wände anschauen von 1981 und zum glück gibt sie noch zum glück also ich habe es gehört liebe hörer innen da draußen eine kleine brandrede für das archivieren analog aber auch digital macht das auf jeden fall ich kann es nur jedem raten ich habe es auch jahrelang schmerzlich vernachlässigt dachte bei manchen bildern nachkommen das war eine gurke das brauche jetzt brauche jetzt kein foto von im nachhinein ärgere ich mich und freue mich wie ein kleines kind über jedes verschollene foto das ich wieder in die hand bekomme von von alten bildern und pieces und auch digital versuche ich das alles ein bisschen besser zu archivieren denn auch wenn man im moment denkt das brauche ich vielleicht nicht jahre später freut man sich darüber wenn man es hat und auch leinwände werde ich glaube ich noch ein paar mehr malen und mir einfach auch in meine zeitkapsel packen damit ich später noch habe und von welchen künstler würdest du dir eine leinwand arbeit gerne kaufen wenn es dir jetzt irgendwie frei aussuchen könntest da da gibt es einige style writer in deutschland die mir einfallen würden soll ich meine ich habe jetzt mal ja ich tippe jetzt mal ja also ich glaube auf platz 1 ich wüsste eine die ich mir sofort ins wohnzimmer hängen würde ja also auf platz so in den ersten fünf plätzen würde ich auf jeden fall mal vermuten du würdest dir von motu ein ein style wünschen und motu style oder sowas weil das zwei ist der schon auch hart ab ja ja aber habe ich jetzt gar nicht war hatte ich jetzt gar nicht so auf dem schirm ähnlich was vor j1 ich natürlich alle mit handkuss nehmen aber was mir zuerst in kopf gekommen ist ich hätte gerne fürs wohnzimmer so eine so eine cmp spin szenerie weißt du so ein richtiges so eine richtige geil dieses dieses schraffierte so eine so eine großstadt kulisse mit rail mit u-bahn rail und so und so ein akte one style hätte ich gerne ja okay habe ich mir jetzt gerade notiert was ja irgendwann mal 50 bis dahin kann ich sparen würde ich aber jetzt schon kaufen wer weiß was die noch im wert steigen ja ich glaube da haben wir uns an allem abgearbeitet was uns irgendwie auf der seele gebrannt hat bei diesem wunderschönen interview ich hoffe liebe hörer in ihr hattet auch viel spaß und ich würde sagen das war's für dieses mal wir sind raus und hoffen ihr schaltet auch nächstes mal wieder ein bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020